So, liebe Leute, heute will ich euch was zeigen und zwar einen kleinen Einsteiger-Kurs oder Wiedereinsteiger-Kurs, vor allem für Leute, die Age of Empires gespielt haben, die als Kinder oder Jugendliche das gespielt haben und jetzt für sich wieder neu entdeckt haben oder sich gedacht haben, man könnte ja mal drei, vier Runden spielen, aus Nostalgiegründen, um die guten alten Zeiten wieder aufkommen zu lassen. Und genau, die erste Frage ist, wenn man das Ganze googelt oder auf Steam danach schaut, es gibt erstmal zwei Versionen von Age of Empires 2 und das erste ist die HD-Version von 2013, die sehen wir hier gerade, und dann die Definitive Edition. Genau, das ist die zweite, die neuere Version, auch mit überarbeiteter Grafik und ja, genau, sowohl die HD-Version als auch die Definitive Edition, die haben beide noch ihre Fanbase, es gibt auch viele, die spielen beides sehr gerne und die Mastercheid-Unterschiede darin betrifft, das sollte ich euch im Spiel zeigen wollen, also starte ich jetzt erstmal Age of Empires in der HD-Version, zur Definitive Edition komme ich dann später nochmal. Und genau, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ne, wie Sie sehen, wie man sehen kann, das Menü, es wurde auch beibehalten, also es ist halt wirklich fast eins zu eins das gleiche Spiel, was man damals gespielt hat, äh, zu Kindheitstagen, also wenn man gerade aus Nostali-Gründen das nochmal spielen möchte, dann würde ich doch die HD-Version sehr empfehlen. Ähm, das Lustige ist, äh, es fühlt sich wirklich an wie 1999, weil tatsächlich noch einige Bugs im Spiel enthalten sind, die Microsoft in 14er Entwickler nicht rausgenommen hat, ähm, die jetzt seit über 20 Jahren bereits im Spiel drin sind, ähm, aber, Microsoft hat trotzdem fleißig gearbeitet, und zwar, ähm, ups, machen wir das erstmal so, hat Microsoft neue Erweiterungspacks erfunden, und die kann ich ja mal kurz zeigen, das waren African Kingdoms, das sind die mit diesem, diesem Symbol hier, ich weiß gerade gar nicht, was das ist, ähm, genau, Berber sind das, Äthiopia, Amalia und Portugiesen, ähm, Rise of Arachas, da sind die Vietnamesen zum Beispiel mit dabei, das ist also dieses Symbol, und dann noch für Vergotten, Empires und das, oh, Kingdoms, ne, Empires, glaube ich, ja, und da sind dann Inka und Inder, et cetera, mit dabei, äh, ich merke noch gerade was, das könnte den einen oder anderen verwirren, ähm, ich hab bei mir, ähm, das Ganze auf Spanisch eingestellt, äh, so könnte ich auch ein bisschen Spanisch nebenbei lernen, genau, aber da ja sowieso die eigenen Völker haben ihre eigenen Sprachen haben, das ist jetzt nicht so, ähm, ja, das ist nicht so die riesengroße Hilfe zum Spanisch lernen, aber ist ganz, ist mal gar nicht schlecht, dass man auf Spanisch oder auf Französisch gespielt zu haben, gerade wir haben die Sprachen gelernt, oder Niederlandisch ist auch ganz lustig, ähm, aber finde es so toll, dass ich erstmal auf, auf Deutsch, glaube ich, lieber, genau, und, ähm, hier wurden fleißig neue Völkern zugefügt, ich kann auch mal kurz durchschauen, ähm, ja, was sind erwähnenswerte Völker, also was ich sehr stark finde, sind zum Beispiel die Vietnamesen, ähm, genau, die haben zum Beispiel sehr gute Burgenschützen, haben auch gute Elefanten, nicht so starke Elefanten, wie die Perser damals hatten, die haben doch die stärksten, immer noch die stärksten Empfanden im Spiel, aber die sind doch schon ziemlich solide, und was ich auch gut finde, sind zum Beispiel die Äthiopier, ganz unten, Burgenschützen, Zivilisation ebenfalls, und was zum Beispiel viele Pros jetzt picken, ähm, gerade auf Wasserkarten sind Italiener, ähm, die sind auch ganz interessant, und, ähm, genau, Ungarn ebenfalls interessant mit ihrem, mit ihrem starken Trash, den die haben, aber bevor wir anfangen, ähm, uns auf einzelne Völker einzuschießen, oder versuchen, alle Völker vorzustellen, was auch viel zu lange dauern würde, ähm, ich denke, bis man alle Völker vorgestellt hat, man weiß, wie alles gut kann oder nicht, ähm, hat man schon zweieinhalb, drei Stunden umgebracht, weil man da auch teilweise sehr aufs Detail achten muss, ähm, deswegen erst mal das allgemeine Spielprinzip, ähm, also man kann natürlich, ähm, Anlagen bauen, Schießanlagen, Kasernen, zuerst muss man Kasernen bauen, bevor man eine Schießanlage bauen kann, sieht man ja auch aus diesen Pfeilen daraus jeweils, ähm, genau, dann gibt's hier ein Stell bei den meisten Völkern bis auf bei den Indianervölkern, das wären in dem Fall also die Azteken, die Maya und die Inka, die haben keinen Stell, aber die haben dafür, ähm, sonst in den Sachen, die sie haben, sehr gute Auswahl und sind auch sehr stark, haben auch, ähm, gerade Maya zum Beispiel, ähm, starken Wirtschaftsbonus und deswegen würde ich die jetzt nicht mal als schwach betrachten, obwohl die keinen Stell haben, ähm, genau, dann ist immer ganz wichtig, ähm, es gibt zum einen Goldeinheiten, das ist zum Beispiel in der Waffenschmiede ist alles, äh, kostet alles Gold, also Skorpione, Mangen, Ramm, Böcke und deren Weiterentwicklung, die kosten alle Gold und dann gibt's die sogenannten Trash-Units, das sind Einheiten, wie zum Beispiel die Plänker, die kosten kein Gold, also hier in dem Fall 25 Nahrung, 35 Holz, im Schwerkämpfer einmal gespiegelt, 35 Nahrung, 25 Holz und dann gibt's natürlich noch die, ähm, den Speer, beziehungsweise Speer-Klasse, die ganz leichte Kavallari und Tusan werden, die kosten bloß Nahrung, das sind die sogenannten Trash-Units und, ähm, es gibt ein allgemeines, ähm, Scherisch-Stand-Papier-Prinzip, ähm, zum Beispiel, ähm, Pekingiere haben einen Angriffsbonus gegen leichte Kavallari, die sind also gegen leichte Kavallari sehr stark, ähm, aber Elite-Blänkler würden zum Beispiel gegen Pekingiere gewinnen, die haben einen Angriffsbonus gegen Pekingiere, zwar ist er nicht so stark wie von Pekingieren zu Kavallari, aber dennoch, ähm, würden die, ähm, so, irgendwie überschaubaren Zahlen gegeneinander gewinnen, im 1 gegen 1 vielleicht nicht, aber, ähm, ähm, weil der Pekingiere die stärkeren Werte hat, wie man sehen kann, auch mal Lebenspunkte hat, ähm, aber wenn man sich an, wenn man angreift, zurückzieht, etc., sollte auch im 1 zu 1 eigentlich der Plänkler überlegen sein, und die leichte Kavallari würde gegen den Plänkler gewinnen, da die leichte Kavallari einen, ähm, einen Durchschlagspanzer hat von 2 und der Plänkler eben relativ wenig Angriff hat und die leichte Kavallari relativ viele Lebenspunkte hat und, genau, das wäre halt so quasi dieses der schlägt den, der schlägt den und der schlägt den Prinzip und das zieht sich so ein bisschen das ganze Spiel durch, ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, gegen Plänkler wären eigentlich noch besser, ähm, und Mang und Onaga, genau, die sind aber, wenn man sich richtig einsetzt, eigentlich gegen alles ziemlich gut, und, ja, so läuft das halt, ähm, und allgemein gibt es halt Counter-Units, Plänkler haben zum Beispiel einen sehr starken Angriffsbonus gegen Bogenschützen, die sind auch gegen Pekingiere gut, noch besser sind sie gegen Bogenschützen oder Berittene Bogenschützen, wobei das interessant ist, wenn Berittene Bogenschützen das Pekingiere ebenfalls einen Angriffsbonus haben gegen die, also haben die auch zweifach Schwäche, allerdings für Berittene Bogenschützen gelten, ähm, sowohl die Schmiede-Upgrades für die Bogenschützen, also das wäre dann, ähm, diese und diese Reihe, als auch für die Kavalerie, das heißt, die kriegen auch Zuchtauswahl, also mehr Lebenspunkte und Pferdehaltung, also je nachdem, ob die Zivilisation das überhaupt besitzt, beziehungsweise, ähm, die Technologien freigeschalten sind für diese Zivilisation, genau, ähm, das wäre das erstmal so ein Kurven, also dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, und da kommt auch gerade schon mein Kollege, der wollte mit mir nämlich Mehrspieler-Modus spielen, ähm, ich schreibe mal kurz, ähm, hi buddy, ähm, I am recording, we can start in about 10 minutes, okay, genau, ähm, ja, das ist erstmal das Wichtigste, ähm, das sollte dazu gesagt sein, also erstmal wenn man die Truppen einsetzt, und hier zum Beispiel ist auch wieder eine Counter-Unit, das sind die Kamelreiter, die sind zum Beispiel stark gegen Ritter, ähm, allerdings, ähm, haben die halt wenig Durchschlagspanzer, haben auch wenig Rüstung, sind also dafür gegen andere Einheiten sehr schlecht, also sind deutlich schlechter gegen Bogenschützen zum Beispiel, und, ja, das ist halt immer so die Sache, ähm, die meisten Einheiten hier, die haben halt so ein, zwei Typen, äh, an Gegnern, wo sie extrem gut gegen sind, dann gibt's aber ein, zwei Typen an Gegnern, wo die sehr schlecht gegen sind, und, ähm, dann gibt's auch so Kämpfe, das kann so oder so laufen, ähm, ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, japanische Samurai gegen, ähm, Jauga-Krieger schickt, ähm, von den Azteken, ähm, ich sag mal so, wenn der einer deutlich mehr Upgrades hat als der andere, dann kann das so laufen oder auch so laufen, also es ist relativ, relativ fairer Kampf an der Stelle, obwohl die Samurai meistens bei vollen Upgrades eigentlich gewinnen müssten, ähm, genau, aber das ist dann so, ja, das kann eben auch passieren, dass man so manchen Einheitentypen ineinander schickt, und dann ist halt auch noch wichtig, wie setzt man die Einheiten ein, also das Microwing, ähm, zum Beispiel kann man auch mit Bogenschützen supergut Mangenschützen ausweichen und dann die Mange kaputt machen, obwohl eigentlich die Mange, ähm, wenn man kein Microwing betreiben würde, sehr stark gegen den Bogenschützen gewinnen würde, oder gegen die Bogenschützen gewinnen würde, also es ist halt auch mal eine Sache, ähm, was können die Einheiten, wo sind die gut gegen, ähm, wogegen kann man die Einsetzen, ist auch einfach, wie setzt man sie ein, also wie vernünftig setzt man sie ein, ähm, genau, das sollte auch betrachtet werden, und soviel dazu im Thema, ähm, dann wollte ich bloß noch schnell zum Multispieler-Modus was sagen, ähm, wenn man da reinschaut, ich gehe mal hier in die Lobby rein, ähm, genau, da gibt es immer diese Noobs-Lobbys, was sehr beliebt ist, ist zum Beispiel hier BF, das heißt Black Forest, also dunkler Wald, und wie ihr sehen könnt, ähm, es sind ja solche Zahlen davor, vor den Namen, und das ist die sogenannte Elo, und je höher die Elo ist, umso stärker müsste der Gegner sein, theoretisch, ähm, ähm, normalerweise startet man dem Spiel bei 1600 Elo, ähm, aber die meisten Spieler, die gerade so wieder anfangen, die ungefähr wissen, wie das Spiel halbwegs läuft, die halt eine halbwegs vernünftige Build-Order haben, aber nicht so den Plan haben, ähm, die sind so bei 1200, 1300 Elo ungefähr, ähm, ja, und wenn hier einer mit 855 ist, also der ist schon ziemlich sehr schlecht, und ich kenne auch Spieler, die schon lange spielen und so eine Elo haben, ähm, das sind meistens so Leute, die im Lead-Game wissen, wie man die Einheiten einsetzen kann, ähm, die sich einfach langsam entwickeln, die gegen Rushes nicht gut vorbereitet sind, oder die vergessen, Upgrades zu kaufen in der Schmiede, etc., ähm, also das sind schon so Leute, die an sich das Spiel irgendwie beherrschen, aber 855, das ist schon ziemlich schlecht, also ein unterschiedlicher, unterschiedlicher Spieler, und ich kann mal kurz beitreten, auch Spaß, genau, ich bin jetzt gerade bei einer Elo von 1658, ähm, und, ja, so, wenn ich mir die Elo anschaue, wäre das gerade nicht so das spannende Spiel für mich, das wären, glaube ich, nicht die besten Gegner für mich, und wenn man 1658 ist, und ihr fangt gerade so an, und seid das erste Mal in der Online-Lobby, und dann ist dort jemand mit einer Elo von 1600 oder 1700, ähm, wobei ja gerade keiner mit 1700 ist, also, das sind schon ziemlich gute Leute, und so, sowas wie hier zum Beispiel, also One vs. One, Arabia, ähm, wenn ich so das sehe, 1700 bis 1900, ähm, das sind schon richtig gute Leute, also so die, die Pro-Spieler, so die Profis, T90, Beweiper, MBL, Hera, ähm, wie die alle heißen auf YouTube, ähm, die meisten sind ja auch Streamer von denen, die ich gerade genannt hatte, ich glaube eigentlich alle, außer MBL, ähm, ähm, das sind so Leute, die haben so 2200er Elo, also wenn man so bei 1819 angekommen ist, dann ist man schon ziemlicher Pro, also, ähm, vielleicht nicht Weltmeister, aber das sind Leute, die haunen schon ziemlich übers Knie, und Arabia ist auch eine sehr offene Karte, das heißt, die werden auch aggressiv spielen, die werden sehr früh Einheiten schicken, und wenn man da nicht Quick-Walls etc. beherrscht, und, ähm, allgemein die Basics gut beherrscht, ähm, was das betrifft, ähm, ja, dann ist das nicht die beste Gerade, auf der man starten sollte, weil die werden einfach überrumpeln, und da hat man keine Chance, also wenn ihr gerade anfangt, dann sucht euch lieber so eine Lobby hier, ähm, wo ein paar 1200er mit da drin sind, ähm, achso, ich werde noch angezeigt, ich bin gar nicht mehr drin, aber ich werde noch angezeigt für die Lobby, genau, sucht euch einfach mal so eine Lobby, um das Spiel, ähm, gut zu lernen, um mich einzuschießen darauf, weil, ja, wie gesagt, also alles, was über 1600 ist, ähm, wenn ihr blutige Beginner seid, die werden euch übers Knie hauen, und ihr habt so gut wie keine Chance, da, ähm, zu bestehen an der Stelle, und, genau, kurz, um noch, ups, kurz, um noch zu zeigen, wie, ähm, die Grafik aussieht, obwohl wir das ja auch noch gleich mal zeigen werden, ach, genau, das ist jetzt die schöne Musik der Malein, die wir gerade hören, ähm, ja, also die Grafik ist sicher auch genau die gleiche, man sieht halt diese isometrische Ansicht hier, also alles in diesem klaren Winkel, was Träidimensionalität einem suggerieren soll, aber eigentlich ist es halt, ähm, ja, Bilder isometrisch angeordnet, ähm, und hier immer noch auch keine polygonalen Figuren, die sich irgendwie bewegen, wie man das bei anderen Spielen kennt, wie Command & Conquer zum Beispiel, sondern das sind halt einfach so Image Sprites, die man dort hingesetzt hat, und, ähm, genau, ich werde halt dann einfach so animiert, ähm, und wie man sehen kann, äh, ja, erwartet keine Bildraten von 60, äh, oder 120 Bildern oder was die Sekunde, weil es ist im Grunde wie eine Dia-Show oder wie ein Stop-Motion-Film, was man hier sieht, dass einfach diese Bilder schon vorgerendert sind quasi und einfach zusammengesetzt werden, dass es halt ein Bild gibt, wo einmal der Arm links ist, einmal der Arm rechts ist, äh, oder links vorne ist, rechts vorne ist, und, ja, also es ist halt genau noch die Art von Grafik, die wir halt aus den 90ern bereits kennen, ähm, weil, ja, also wer in den 90ern aufgewachsen ist, oder vielleicht sogar in den 80ern geboren ist, der wird sich erinnern können, dass 3D-Grafik damals doch noch nicht so ganz möglich war, gerade bei so komplexen Spielen, und wenn ich mir überlege, wie alt das Spiel ist, ist es halt schon mit den ganzen Völkern, den ganzen technischen Optionen, die man hier hat, also gerade Tech Tree ist ja schon sehr komplex, also wenn man das mit Spielen vergleicht wie Stronghold oder Command & Conquer, ähm, und einfach mal schaut, wie viele Möglichkeiten man jetzt zur Entwicklung hat, wie viele Einheitentypen es gibt, vor allem wenn man sich auch noch überlegt, dass jede einzelne Einheit in der Burg ihre Spezialeinheit, ähm, ausbilden kann, dazu auch noch Spezialtechnologien vorhanden sind, ähm, in den Erweiterungen wurde übrigens noch eine zweite hinzugefügt, also das ist normalerweise die ursprüngliche, die, äh, mit der goldenen Krone und die, die hinzugefügt wurde, ist, ähm, die silberne, ähm, obwohl bei den Briten haben sie das anders gemacht, äh, und zwar kann ich das kurz zeigen, die Briten hatten nämlich Freisassen, ursprünglich als, ähm, Spezialtechnologie, und das ist jetzt schon in Ritterzeit verfügbar und nicht in Ampelzeit, dafür haben die jetzt Warwolf, das ist eine Verbesserung für die Tribocke, ähm, ja, ist auch interessant, genau, aber soviel zur Grafik, also, es ist, es fühlt sich halt wirklich noch an wie das alte Spiel, also wer wirklich bloß so aus Nostalgiegründen Age of Empires spielen möchte, der sollte sich diese Version auch kaufen, und es ist halt auch deutlich ruhiger, weil, ähm, das wäre jetzt das nächste, was ich zeigen würde, bei Definitive Edition sind doch auch mehr Leute unterwegs, und die Leute, die dort spielen, ähm, ähm, das sind auch in der Regel so Leute, die, ähm, to, what's, to, no, name, please, das sind so dann Leute, die, ähm, auch Videos schauen, aktiv von T90, on the Viper, etc., ähm, das sind also dementsprechend halt auch Leute, ähm, wie sage ich das am besten, auch spiel, wenn ich laden, das ist nicht gut, das sind also auch Leute, die, in der Regel auch wissen werden, wie die spielen, und so, richtig totale Supernoops, äh, ich sag mal so, es gibt sie dort, ups, aber man weht davon aus, das sind schon Leute, die hier in der Befindlichkeit fischen, die doch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen motivierter, die dabei sind, wenn sie es einfach machen, genau, so, ich seh doch ein wunderbar schönes, neues 3D-Intro, wo der Effekster erstellt, und, ja, ähm, hier ist aber auch mit Elo anders, also ich kann aber auch Spaß, einfach mal ein paar Spiele suchen, ähm, also hier ist man schon mit einer Elo von 1200 ziemlich gut, also wo eine Elo von 1200, ähm, in der HD-Version eher schon, ähm, wie viel Elo hat der? 865, okay, also wo das eher mittelmäßig bis schlecht ist, würde ich eher sagen, wer hier eine 1200 hat, der ist in der HD-Version eher so bei 1550 einzuordnen, und hier ist jetzt einer, der hatte, wie gesagt, äh, 865, genau, ähm, der würde wahrscheinlich schon so auf 1250er-Niveau spielen, wenn man von der HD-Version ausgeht, genau, und, ja, also was mir hier gefällt an dem Spiel, ich werde es auch kurz nochmal zeigen, ähm, die Grafik ist halt neu, es fühlt sich flüssiger an, das ist halt so schön, und was aber auch wunderbar ist, ähm, jetzt habe ich wieder hin, okay, ähm, was auch wunderbar ist, ist, dass die Verbindung einfach stabiler ist, es gibt mehr Server, die Server laufen stabiler, weil, ich dazu sagen muss, bei der HD-Version, ähm, 3 gegen 3 ist meistens noch relativ problemlos, aber wenn man 4 gegen 4 spielt, und gerade auch ein längeres Spiel hat, wo man auf Backforce zum Beispiel sich einwollt, und, äh, so ein Spiel dann anderthalb oder zwei Stunden lang geht, ähm, ich habe auch schon längere Spiele gehabt, äh, mit Leuten, ähm, also es kann durchaus den ganzen Abend füllen, so ein einzelnes Spiel, genau, also da hat man halt das Problem, äh, Husha-Schmisser, achso, hier mit eigentlichen Rohstoffen, okay, da hat man das Problem, dass man, äh, auf das man Absturz hat, oder ein Spieler rausfliegt, und dann wurden aus einem 4 gegen 4 auf einmal ein 3 gegen 3, und, ja, das ist nicht so ganz cool, also das ist, da ist die Definitive Edition auf jeden Fall besser, also wenn ihr wirklich, ähm, nicht aus Nostalgiegründen das Spiel spielen wollt, sondern wenn ihr halt, ähm, mehr kompetitiv spielen wollt, und eine Herausforderung halt dementsprechend sucht, wenn ihr ein flüssigeres Spiel haben wollt, ähm, dann würde ich auf jeden Fall die Definitive Edition empfehlen, ähm, ja, 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 Servern, weil die Server einfach viel besser laufen, und, also, ich habe bestimmt in der HD-Version gegen andere Spieler schon 400, 500 Spiele gespielt, und ich würde mal schätzen, dass davon mindestens 30 bis 50 einfach abgebrochen sind, weil der Host draußen war, das ist nicht cool, also ich rede jetzt von Spielen, wo man auch mit vielen Leuten spielt, 1 gegen 1 ist meistens vollkommen stabil, ähm, ja, das kommt vor, und ich würde schätzen, dass so bei 15% der Spielen, wenn man 4 gegen 4 gespielt, einfach ein Spieler rausfliegt, und das ist halt sowas von ätzend, ähm, ich meine gerade, wenn das innerhalb der ersten Minute passiert, ist es jetzt nicht so schlimm, da finden auch keine Elo-Punkte, aber wenn man halt schon 20 Minuten dabei ist, und dann ist jemand auf einmal draußen aus im Spiel, und dann wird aus dem 3 gegen 3, ein 2 gegen 3, und es war vorher schon sehr ausgeglichen, oder man hatte schon Probleme mithalten zu können, weil das andere Team besser zusammengestellt wurde, ähm, ja, passiert häufig beim Zufallsalgorithmus, ähm, ja, das ist schon richtig ärgerlich, also, ähm, wenn es darum bloß geht, ähm, beziehungsweise halt, um mich kognitiv spielen möchte, dann würde ich halt hier definitiv dünn vorschlagen, aber auch eine schönere Grafik, auch wenn die Gebäude kaputt gehen, dann fällt das so schön zusammen, und, ähm, genau, es wurden auch noch ein paar Völker mit hinzugefügt, zum Beispiel hier sieht man gerade, Tartanen sind neu, Polen sind neu, ähm, die kann man in der HD-Version nicht haben, und es gibt sogar noch drei Völker, die habe ich selber noch gar nicht gekauft, das sind die, die Goyara, die Traviden, und die Bengalen, die wurden quasi so ein bisschen aufgeteilt, ähm, in der HD-Version gibt es die Inder, also es heißt Inder, und die, äh, heißen jetzt hier Hindustani, und in der HD-Version die Inder spiele ich auch sehr, sehr gerne, die haben nämlich Elefantenbogenschützen, die sie in der Burg ausbilden, und, ähm, ich fand die immer halt richtig mächtig, ähm, weil viele Völker, ähm, nur bescheidene Antworten auf die haben, also ich hatte, äh, zum Beispiel gegen Briten öfters mal so dann, äh, Spam gemacht von, ähm, Elefantenbogenschützen, plus, äh, helle Wagen und, äh, Plänklern und noch ein paar Belagungskanonen, und, ja, das ist schon ziemlich mächtig, die haben auch die besten Kamele aus dem Spiel, die haben nämlich imperiale Kamelreiter, die sind ziemlich gut, ähm, ähm, ja, also ich benutze sonst relativ selten Kamele, bis auf meine Sera 10, und Byzantinern, weil die A günstiger sind, beziehungsweise, ähm, die Mameluken sind ziemlich gut, ähm, aber jetzt wo es keine Elefantenbogenschützen mehr gibt, bei den Indern, beziehungsweise Hindustani hier, spiele ich die nicht mehr so sehr gerne, aber es gibt jetzt halt noch Traviden, und Goyara und Bengalen, weil halt, äh, dieses Volk aufgeteilt wurde, weil die Entwickler bei Microsoft anscheinend sich gedacht haben, okay, ähm, Indien ist so groß, und die, ähm, Kultur war vielleicht so weit, äh, so weit gespreizt, nenne ich es jetzt mal gewesen, dass wir einfach mal jetzt das unterteilen müssen, dass wir jetzt vier Völker daraus machen, ähm, weil ein Volk dem einfach nicht gerecht wird, ja, und in der Definition sind auch noch viele Sachen geändert worden, äh, zum Beispiel Koreaner, ähm, die haben jetzt kostenlose Rüstungsentwicklung für die Bogenschützen, ähm, genau, das, äh, war in der, war in der Diversion nicht so gewesen, ähm, Allerdings, äh, werden jetzt Türme nicht mehr von Silber weiterentwickelt, das war nämlich vorher so gewesen, dass die Türme von Silber entwickelt wurden, wenn er eine Torrush gemacht hat, jetzt muss man das in der Burg ausbilden, und heißt jetzt, Oip Seon, Beobachtungsmach- und Hauptthürme haben wir Reichweite, genau, ja, oder Maya zum Beispiel, die hatten vorher, ähm, eine Technologie, die heißt Obsidianpfeile, da fügen Bogenschützen plus sechs Schaden an Geburgen zu, wir haben jetzt eine andere, ähm, Technik, die heißt, äh, Hulsche Speerschleuder, und wie ihr sehen könnt, Plänkler-Schleuder und zweiten Speer, das finde ich ziemlich mächtig, und, ja, es wurden noch viele andere kleine Änderungen vorgenommen, zwischen HD und DE, und manche Völker sind ein bisschen stärker geworden, manche sind ein bisschen schwächer geworden, zum Beispiel Kamea sind schwächer geworden, die haben nämlich jetzt, in der Definitive Edition, wie sie jetzt aussieht, keine Belangungskanonen mehr, ähm, das hatten die noch in der HD-Version, und heißt also, auch wenn ihr selbst die gleichen Völker spielt, ähm, in der Definitive Edition, ähm, da die ein bisschen andere Technologien haben, ein bisschen andere Boni haben, ein bisschen andere Einheiten haben, als in der HD-Version, ähm, also, auch das, also alleine schon der Umstieg von HD-Version auf Definitive Edition ist ziemlich interessant, und, ja, genau, und jetzt nochmal kurz, um zu zeigen, wie die Server aussehen, normalerweise sind die, ups, normalerweise sind die, äh, Server nämlich auch belegter, das heißt, wenn ihr ein Spiel finden wollt, geht das meistens schneller, ich kann mal kurz durchscrollen, wie viele hier unterwegs sind, wie viele Lobbys sind, also, normalerweise, wenn nicht Wochenende ist, kann man erwarten, so bei der HD-Version sind so, acht bis 15, ähm, Server on, beziehungsweise Spiele gehostet, am Wochenende sind es auch manchmal über 20, aber selten auch mehr als das, und hier sind es jetzt drei, fünf, sag mal zehn, bestimmt 30 Spiele sind jetzt hier unterwegs, also, ähm, genau, wenn ihr halt auch viel mehr andere Leute spielen wollt, ähm, hier ist immer mehr Angebot, hier sind auch mehr Leute, hier ist mehr, mehr, ähm, mehr los, sag ich jetzt mal, der Definitive Edition, und, genau, ähm, also wie gesagt, Vorteile, bessere Grafik, Spiel fühlt sich flüssiger an, neue Völker, neue Technologien, hier werden auch noch Upgrades gepostet, es wurden auch ein paar Bugs rausgenommen, ähm, ähm, ja, es sind halt auch mehr Leute da, dementsprechend, genau, wäre das das, und es gibt auch noch was Cooles bei meinem Spieler, und zwar kann man ein Schnellspiel machen, kann es manchmal jetzt sagen, eins gegen eins, dann ist es so ein bisschen eine Wundertüte, weil man nicht weiß, spielt man jetzt Arena, spielt man jetzt Black Forest, was spielt man jetzt, aber meistens ist es so Arena oder Hideout, oder Versteck heißt es im Deutschen, und man sieht auch nicht, welche Kultur der andere hat, und, ja, das ist halt, es ist so ein bisschen wie eine Wundertüte, also ich spiele gerne diese Schnellspiele mal, man kann auch an einen totalen Noob geraten, der gerade erst sein erstes Mal Spiele macht, oder jemanden, der richtig gut ist, und, ja, also es ist ein Modus, der auf jeden Fall ganz interessant ist, und, genau, soviel jetzt zur Definitive Edition, ähm, ich starte jetzt nochmal die HD-Version, weil mein Kollege bloß die HD-Version besitzt, und ich würde euch mal ein bisschen mehr Spielerspiel zeigen wollen, wo ihr euch auch mal eine Bild-Order anschauen könnt, und ich gucke jetzt erst mal, ob der Web-Order heißt, es ist, okay, buddy, I can invite you now, are you ready? Okay, ich habe gerade gesagt, zwei Minuten noch, habe zehn Minuten gebraucht, gut, das kann passieren, dann leiten wir mal eine Lobby ein, ich lade ihn mal ein, wo ist er, wo ist er, wo ist er, er ist online, okay, sehr gut, dann lade ich ihn mal ein, und zwar würde ich jetzt gegen zwei KI spielen, mit meinen Kollegen, und ich fülle meine Original-KI ein, die ist ein bisschen schlechter, als die neue KI, achso, es gibt in der, ähm, in der, ähm, Definitive Edition noch mal eine neuere KI, die ist noch besser, wenn man aber ganz schwer sich herausfordern will, dann gibt es noch einen Resonance-Bot, da könnt ihr mal nachgoogeln, ähm, das ist so die beste KI, die man spielen kann, bei Edge of Empires, und die ist schon ziemlich mächtig, also ich hab ein 4 gegen 4 gespielt, schon mit Leuten, die hier richtig gut waren, also da waren zwei über 1700, und der andere war auch ein 1650er gewesen, und wir haben dann ein 4 gegen 4 gespielt, gegen vier Resonance-Bots, und das gewonnen gehabt, ähm, aber auf meiner Seite den Bot, also ich hab dort in Taurash versucht, ein paar Bogenschützen ausgebildet, ähm, ich sag's mal so, ich konnte den aufhalten, beziehungsweise, ähm, Entwicklung verlangsamen, und Schaden zufügen, aber, ähm, wenn ich im 1 gegen 1 spielen würde, gegen den Resonance-Bots, ähm, ist meine Gewinnchance wahrscheinlich bei 20 oder 30%, also, das ist schon eine richtig harte KI, ähm, tatsächlich besser als viele menschliche Spieler, also, wenn ihr so, ähm, ja, wenn ihr hier in der HD-Version gegen Leute spielt, ähm, ich würde so schätzen 1620 bis 1680, das ist so der Resonance-Bot ungefähr, wobei es, glaube ich, auch noch ein Upgrade gibt, ähm, genau, dass man, ähm, dass er noch besser wird, und spielte, glaube ich, auf sitzend 50er Niveau, also, das ist schon ziemlich stark. Sorry I was talking. Ähm, are you ready? here is my strategy, I will archer rush one, and you can take care of the other. okidoki, glhf, das heißt, good luck, have fun, das ist so eine Sache, was wir immer so gerne schreiben, ähm, ja, macht halt den guten Spieler oder den fernen Spieler aus, dass man halt dort rein schreibt, ähm, good luck, have fun, das ist so ein bisschen einfach, ähm, ja, wie drücke ich es aus? ein Akt der Sportlichkeit, nenne ich es jetzt mal, äh, und was ihr gerade sehen könnt, der Ping ist ziemlich schlecht, also wenn es rot ist, ist es nicht gut. Can you fix your Ping? Und, ja, ich würde euch mal eine Build Order zeigen wollen, wie man den archer rush machen kann, ich finde, ähm, ein archer rush insbesondere ist ziemlich stark, auch gegen KI, ähm, gegen KI wirkt auch meistens ein tower rush, aber, der archer rush, finde ich, ist stärker, weil zehn Bogenschützen, die ich bewegen kann und es nur zu meiner Basis zurückziehen kann, ähm, bringen mir persönlich mehr, als drei Türme, die im gegnerischen Land stehen und die mich überhaupt nicht verteidigen können und ich schaue jetzt mal, welche Zivilisationen gut werden für einen archer rush und das wären, ähm, zum einen die Briten, ähm, die ich aber nicht so gerne spiele, Inka wären auch nicht schlecht dafür, Italiener, Italiener ist aber eher eine, ähm, Seemacht, Japaner wären sehr gut, ähm, haben sehr gute Bogenschützen, haben aber auch, ähm, noch, ähm, den Vorteil, dass die weniger zahlen müssen für, ähm, Bergarbeiterlager und Holz, äh, Fällerlager, nämlich 50 anstatt 100 Holz, heißt, man hat schon da auch 100 Holz gespart, wovon man vier Bogenschützen später ausbilden kann, also Japaner wären ziemlich stark dafür, ähm, auch nicht schlecht wären Vietnamesen, die zu erwähnen wären, weil die mehr Lebenspunkte haben und allgemein auch sehr starke Bogenschützen haben, die haben zum Beispiel auch einen Ratternschützen, der hat einen sehr starken Durchschlagspanzer, würde deswegen auch im 1 gegen 1 gegen jeden anderen Bogenschützen gewinnen, ähm, ich werde aber heute mal die Äthiopier nehmen, die haben nämlich auch einen Vorteil, und zwar bei den Äthiopiern ist das so, dass die Bogenschützen schneller schießen, ich glaube in der Definitive Edition sind es nicht 15%, sondern sogar 18% und die erhalten sogar 100 Gold, wenn sie zur nächsten Zeit alle voranschreiten, heißt, diese 100 Gold reichen aus, um zwei Bogenschützen auszubilden, das sind nämlich hier 45 Gold und ich spiele auch die Äthiopier allgemein sehr gerne, weil die alle Belagungsmöglichkeiten haben und gerade im späten Spiel, das, ähm, doch sehr von Belagungsweilzeugen sehr, ähm, dominiert wird, gerade auf Black Frost zum Beispiel, und die haben eine Spezialtechnik, die nennt sich Torsionsgeschütze und die macht einfach mal Einschläge von Belagungsunergern, aber auch von Belagungskanonen, aber gerade von Erstgenannten besonders, unheimlich mächtig, ähm, also, die können durchaus einen doppelten Schaden machen, dass die mit einem Schuss 10, 12, 15 Bogenschützen rausnehmen und, ähm, ja, deswegen sind auch die Äthiopier eins meiner Lieblingsvölker, weil die einfach unheimlich stark sind mit ihren Belagungswerkzeugen und ich halt so gerne auf starke Bogenschützen, starkes Belagungswerkzeug setze und ich denke, da kommen die Äthiopiern nicht so schnell was vormachen, die Vietnameser haben das einen Vorteil, die sind auch sehr stark, dass die noch ihre Elefantenreiter haben, ähm, genau, aber so viel dazu. Ja, man kann auch hier im Chat noch Zahlen eingeben, zu jeder Zahl gibt es dann jeweils einen Spruch, der dazu kommt, eins ist zum Beispiel ja, zwei ist nein, etc., das können wir mal selber durchprobieren, genau, ähm, sorry, sorry, again, explaining, but now, I am ready, genau. so, legen wir mal los und was auch bei Teamspielen nur nicht möglich ist, man kann Handel betreiben und Handel läuft so, dass man dann Marktkern hat und die Marktkern immer Gold bringen, aber vom Verbündeten gar nichts nehmen, also es ist kein direkter Handel, sondern es ist halt wirklich bloß Gewinn für denjenigen, dem halt dann der Marktkern gehört, eins, zwei, drei und auch die sind schon alle da, sehr hart. Und das ist halt auch interessant, also gerade auf Black Forest, wo man halt eine sehr geschlossene Karte hat, ähm, ist auch Handel dann so eine Sache, die sehr wichtig ist, weil, ähm, Goldeinheiten halt doch deutlich stärker sind als, ähm, die Trash-Einheiten, ähm, zum Beispiel haben Elite Plänkler maximal sieben Angriffsstärke, Bogenschützen jedoch, ähm, also Avaleskenschützen haben zehn, Spezialbogenschützen, ähm, teilweise elf und manche Britenbogenschützen, wie die Britenbogenschützen der Ungarn oder Mangudai von den Mongolen, die haben sogar zwölf, und, ähm, ja, das geht erst mal nicht so viel, okay, die einen haben sieben Angriffspunkte, die anderen zehn, aber, ähm, es macht einen Unterschied, also wenn, man zum Beispiel auf, ähm, Paradine schießt, die ein Durchschnittspanzer haben von drei bis vier, wenn sie voll ausgebildet sind, so, wenn man da einen Angriff hat von sieben, macht man bloß den Minimalschaden, oder, ähm, ja, den notwendigen Schaden, also man macht mit jedem Angriff Schaden, mindestens eins, auch gegen Blauungswerkzeug, ähm, aber ob man da jetzt einen Schaden macht von eins oder drei, das ist natürlich doch schon ein großer Unterschied, ähm, ja, gerade wenn man in größeren Massen ankommt, obwohl man auch sagen muss, wenn man in einer gewissen Überzahl ankommt, also sobald man erst mal 30, 40, 50 Plänkler hat, kann man damit auch schwere Kavallerie angreifen, ähm, das ist auch problemlos möglich, hoch, das ist mein Verbündeter, okay, dann muss ich mal lieber hier oben scouten, genau, wo hier gerade diese Truthähne geschachtet werden, das sieht man hier immer, ähm, würde ich es Townshender direkt sehen, aber da ich jetzt hier diese Truthähne sehe, weiß ich, okay, da muss ein Gegner sein, ja, und jetzt, ähm, habt ihr gesehen, okay, ich habe jetzt erstmal hier, äh, ein paar Boren rausgehauen, die auf die Truthähne gehen, normalerweise sagt man in einer normalen Wildorder, ist man erstmal so Sechse, auf, ähm, die Nahrung schickt, äh, wo sind meine Schweinchen, Schweine sind auch wichtig, die man dann anlocken muss, ah ja, die sind hier oben jetzt eine Schweineparty, genau, und bevor man die Schweine killt, wäre es halt auch günstig, dass man noch, ähm, Web schon entwickelt, ziemlich wichtiges Upgrade, obwohl man auf Arena sieht, auch sparen kann, na, ich gucke jetzt erstmal, wo ist, ähm, ich glaube der Graue war Original KI, also schlechter, und der Orangen ist die bessere KI, da hoffe ich, dass jetzt bei mir der Nähere die bessere ist, ja, bei mir ist die bessere KI, das ist sehr gut, mein Kollege ist nämlich ein bisschen schwächer als ich, und, oh, ich werde gleich gepoppt gehabt, das ist hier oben auch wichtig, jetzt bin ich gerade bei 14, 15 Bevölkerung, das wäre sehr ungünstig, wenn ich gepoppt gehabt werde, weil ich ein Idle Time habe, und es gilt halt immer sehr Idle Time zu verarbeiten, hier ist eigentlich auch Gewässer, hier kann man gut einen sogenannten Fischboom machen, dass man noch einen Hafen setzt, ähm, das hat den Vorteil, dass man halt in der gleichen Zeit einfach mehr Einheiten rausbekommt, beziehungsweise, was heißt Einheiten, mehr Dorfwohnen rausbekommt, und, ähm, oder Wirtschaftseinheiten, wenn man es jetzt einfach noch rausbekommt, und das macht halt schon einen Unterschied, wenn ich dann, ähm, zum Beispiel drei Boote draußen habe, und dann mit 19 Dorfwohnern und drei Booten, also 22 insgesamt hochgehen kann, anstatt dass ich halt erst noch ein paar Dorfwohner raushauen muss, normalerweise sagt man so, mit 19 kann man hochgehen, auch vielen Karten, wenn man aber abwollen kann, und Fast Castle machen möchte, macht es auch Sinn, mit 26 hochzugehen, also rechne immer so damit, äh, wenn ihr euch fragt, Uhr, jetzt habe ich Idle Time, reden und spielen nebenbei, ähm, oder spielen und reden nebenbei, genau, wenn, wenn man, ähm, ach, jetzt bin ich gerade was draußen, äh, wenn man, ähm, Fast Castle machen will, dann würde man halt mehr Bewohner ausbilden, 26 ist er, sehr häufig, die Anzahl, die dort viele wählen, ähm, ja, aber das, ähm, ist so eine grobe Orientierung, falls man sich so fragt, ja, mit wie vielen Leuten soll ich denn jetzt hier überhaupt hochgehen, ähm, wie gesagt, also so 21 bis 26 ist normalerweise eine gute Zahl, aber, wenn ihr auch gegen andere Noobs spielt, ähm, dann macht euch da auch mal auch nicht so viel Stress, ich werde, da wir jetzt mit relativ viel Rohstoffen gestartet haben, normalerweise schafft man mit, ähm, 100 Gold, ich habe mit 300 Gold gestartet, ähm, habe 50 schon febsch ausgeben, werde ich ein bisschen früher hochgehen, ähm, ich werde jetzt hier ein paar noch mehr Leute auf Holz schicken, das werde ich brauchen für meine Bogenschützen, und zwar, ähm, wenn ich das so mache, ich werde jetzt hier mit einem erstmal eine Kaserne bauen, ähm, die Shotguns müsst ihr euch auch am besten merken, also Hotkeys, wenn ihr schnell spielen wollt, ähm, ähm, das wäre jetzt S&Q gewesen in dem Fall, genau, weil wenn ihr auf jedes einzelne draufklickt, ähm, auch was ist das, auch was ist das, Puthähne, die nehme ich doch, ja, also wenn ihr vernünftig mit den Leuten mit spielen wollt, dann braucht ihr halt auch, die Hotkeys, ähm, ohne die wird es irgendwann nicht gehen, an einem gewissen Spielniveau, so, die Frau ist fertig, das ist sehr gut, ähm, ich kann jetzt schon mal, da ich gleich nach Feudalzeit bin, ähm, hier drei Leute hochschicken, ihr könnt das nächste Schwein töten, ja, zack, und die werden gleich erstmal vorwart, ähm, ein paar Archer Ranges bauen, also Schießanlagen bauen, ähm, hat einfach den Vorteil, wenn ich dann die Bauern gleich nach vorne schicke, kann ich auch noch ein paar Türme bauen, das ist nämlich auch eine sehr häufige Strategie, dass jemand dann Türme baut, also ein Tower Rush macht, wie sich das Ganze nennt, und, ja, genau, warum das Ganze nicht kombinieren miteinander, hoch, jetzt kommt hier ein Jaguar, ja, es gibt manchmal Wölfe, manchmal gibt es Jaguar, das ist immer unterschiedlich, auf den Karten, so, ich mach jetzt aber erstmal hier zwei Archer Ranges, jawohl, ich mach den Range, ah, wo hab ich mein nächstes Gold, hier hab ich Gold, okay, das Gold, das sei mir Gold, ähm, ich brauch jetzt erstmal nicht so viel Gold, weil ich ja bereits, ähm, so viel Gold zum Anfang hatte, ich hab jetzt auch 100 bekommen, weil ich sonst nicht Zeit da hochgekommen bin, ähm, aber, ups, hier sind sie immer noch, zack, zwei Baumschütze raus, genau, und jetzt mach ich noch einen Turm, der kostet nur 25 Steine, und 50, ähm, 50 Holz, geschlachtet wird mit den Tutan, aber, und auch sehr wichtig, hier unten kann man klicken, nach unter den Dorfbewohnern, beziehungsweise Shortcut wäre dafür, bei mir am Fall, ähm, den Punkt drücken, genau, und jetzt, ähm, mach ich ein bisschen Terror, ich werde nämlich erst einmal zwei Türme himpflanzen, und meine Bogenschützen nach oben ziehen, und jetzt merke ich gerade erst schon wieder gehaust bin, normalerweise passiert das nicht so häufig, aber wie gesagt, wenn ich hier aufnehmen muss, und noch nebenbei spiele, dann geht das ein bisschen auf die Qualität dessen, was ich mache, genau, und jetzt gehe ich erst einmal hier an die Woodline, ich sehe hier ist, er hat eine Holzfällerhütte gebaut, so, und mit den Jungs gehe ich auf Stehenbleiben, oh, und jetzt sehe ich hier sind Schieberbeschützen, gehe ich zu meinen Turm zurück, jawohl, 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 die abertiere ich hier ein, so, und jetzt seht ihr, die KI hat nicht so die besten Antworten auf so einen Archer Rush, und vor allem kann ich leicht reist sein, und kann auch denen auch noch seine Ressourcen wegklauen, das werde ich auch fleißig machen, mit den Dorfwohnern hier, zack, erstmal gucken, hier sind ein Haufen Untätige, das ist natürlich nicht gut, die Wirtschaft möchte schon ein bisschen rollen, so, dann schicken wir noch weitere Leute nach, hier kann ich erstmal eine Schmiede bauen, an die Front, genau, normalerweise würde ich empfehlen auf defensive Haltung, mit Einheiten zu gehen, aber das Problem ist, die laufen dann teilweise, hier ins Dorfzentrum rein, und ins Dorfzentrum kann Pfeile verschließen, deswegen ist das ein bisschen sehr ungünstig, und hier kommen noch mehr Jungs nach, jawohl, und hier kommt jetzt das erste Upgrade, und zwar ist das Befliederung, kostet mich 50 Gold, interessant ist übrigens, Spanier, die haben bloß Bogenschützen, die können die nicht weiterentwickeln, zur Armbruchschützen, aber lässt du Schützen, trotzdem habe ich öfter schon mal einen Rush mit denen gesehen, also einen Bogenschützen, einen Rush mit denen gesehen, weil, und das ist interessant, in der Schmiede keine Nahrung bezahlen, für die Upgrades, und das hat halt dann, die Folge, dass ihr quasi, anstatt 50 Gold, in dieses Upgrade zu investieren, weitere 45 Gold, in Bogenschützen investieren könnt, und dementsprechend sogar, so ein Bogenschützen Rush mit Spanien ziemlich stark sein kann, obwohl die bloß Bogenschützen haben, und normalerweise halt Bogenschützen, keine gute Einheit bei denen sind, aber die haben voller Upgrades, und, ach, hier kommt direkt der Nächste, ist doch wunderbar, wie mir hier die Bauern direkt reingeschickt werden, und jetzt ist das hier schon der erste Gegner, der ziemlich im Arsch ist, weil hier stehen jetzt die Türme, ich habe hier mit seinem Woodline relativ den Neid, Gold kann er nicht abernten, weil da meine Türme stehen, und ja, dementsprechend habe ich hier jetzt nicht mehr sehr viel, an einem Gegenwert zu erwarten, und wenn er selbst angreifen würde hier, die Türme schützen sich alle gegenseitig, also, wenn es an dem Punkt angekommen ist, dann, ähm, hat die KI eigentlich schon ziemlich verloren, genau, ihr seht es hier auch, haben schon sehr viele Bauern gefallen, und so ein Bauern zu verlieren, ist relativ schmerzhaft, weil, erstmal kosten kann es sich 50 Nahrung, aber, 50 Nahrung ist eine Sache, ich immer die Lungsbäder nach unten, oh, ich habe vergessen, meinen Townsendal laufen zu lassen, man muss hier sehr viel Multitasten können, also, da muss man schon fit sein, gerade wenn man so Spiele spielt, wo man 3 gegen 3 hat, und ein Haufen Leute ankommen, und dann an mehreren Fronten uns knallt, ähm, ja, da muss man schon auf der Wood sein, dass man nicht Sachen verpasst, die wichtig sind, so, du kannst dir deinem Kollegen helfen, du kannst noch ein bisschen Wohnraum schaffen, genau, und, ja, das läuft erstmal ganz gut, man kann auch sehen, die Punktzahl ist jetzt ziemlich schlecht für den, der ist jetzt bei 2100, ich bin bei 2600, 2700 gleich angekommen, das ist man wirtschaftlich auch deutlich besser, als der unterwegs, und, ich habe hier so viel Gold, und so viel Holz, das ist halt auch wirklich, wenn man ein guter Spieler sein möchte, nur das Horst einnehmen, das reicht nicht, man muss halt auch vernünftig, man muss halt auch vernünftig die ausgeben, weil Ressourcen auf der Bank bringen euch wenig, also ich sag mal so, 200 Gold und 100 Holz bringen euch relativ wenig, auch für Wohnschützen, ähm, können halt schon was ausmachen, gerade im frühen Spiel, ach so, jetzt die Schmühle-Upgrade, ähm, auch wichtig, ähm, bei, ähm, Fährkampfeinheiten, normalerweise erst ein Angriff, weil nicht nur der Angriff stärker wird, sondern auch die Reichweite, und, äh, bei Nahkampfeinheiten, macht man normalerweise eher erst, äh, die Panzer rum, also das wäre jetzt Schuppenpanzer für Infanterie, Schuppenpanzer für Kavallerie, ähm, weil gerade wenn man mit Fehlbeschutz ist, äh, Fehlbeschutz ist, ähm, das doch mehr ausmacht, also wenn ich jetzt, zum Beispiel Ritter habe, die haben Angriff von 10, Grundwert, und Durchschlagspanzer von, ähm, zwei, wenn man jetzt volle Schmiede-Upgrade für die hat, haben die, äh, einen Durchschlagspanzer von 6, beziehungsweise hätten bei schoneren Schmiede-Upgrade für einen Angriff einen Angriff von 14, ja, aber wenn die halt bei den Avalisten pro Schuss, ähm, bloß 4 Schaden nehmen, anstatt 8, das macht im Kampf meistens einen größten Unterschied, als, ähm, wenn man jetzt, äh, ein bisschen mehr Schaden austeilt, genau, so, zack, und an sich haben, was auch interessant ist, Bogenschützen viel schlechtere Werte, ähm, one sec, please, explain, something, ähm, genau, also Bogenschützen haben, oder Fernkämpfeinheiten haben schlechtere Werte, wir können aber hier schauen, zum Beispiel, Dieter Plankler, was ist an die von Grundangriff, uh, Angriffstärke 3, sind also stark wie, wie Bauern quasi, die haben auch einen Angriff von 3, der normale Plankler fügt gerade mal bloß 2 Schaden zu, schon mal noch Schwerkämpfern, ist auch eine Trash-Einheit, aber die starten schon mal mit 3, Pekiniere haben 4, und Hellebattiere haben sogar 6 Angriff, also, äh, wenn man so schaut auf dem Papier, okay, die einen haben 6 Angriff, die haben auch bloß, äh, 35 Lebenspunkte, die haben 60, genau, 60 Lebenspunkte, könnte man meinen, okay, Hellebattiere viel stärker als Plankler, aber, trotzdem sind Plankler ein sehr guter Counter gegen Hellebattiere, und, und, so, okay, we can trade, soon, I will, we can, market, genau, und bei, ähm, Märkten ist die wichtige Sache, der Gewinn ist immer exponentiell, ähm, exponentiell, also, heißt, ähm, bei doppelter Entfernung hat man so ungefähr den vierfachen, ähm, die vierfachen Einnahmen, äh, also, es lohnt sich auch Märkte weiter wegzubauen, umso weiter die Entfernung, umso weiter der Gewinn, und, ähm, ja, es ist nicht nur linear, wie gesagt, okay, ich baue meinen Markt doppelt so weit weg, auch die doppelte Belohnung, das ist ja fair, sondern, ich kenne auch deutlich mehr, das Problem ist halt nur, um weite Handelswege zu haben, äh, muss man teilweise Marktstrecken eingehen, die halt riskant sind, und, wenn halt irgendwo eingebrochen wird, bei einem vier gegen vier, und man hat eine sehr, sehr weite Marktstrecke, und dann sind die in der Wirtschaft, in der Wirtschaft drin, und mit Mango da jetzt zum Beispiel, und schießen dann die ganzen Marktkarn weg, ähm, ja, ist nicht so schön, ähm, genau, und jetzt sind wir in der Ritterzeit, das heißt, wir können jetzt erstmal Akkuet kaufen, für unsere guten Burschützen, und das erste ist ja, dass wir sie jetzt mal Ampo-Schützen machen, dann machen wir noch einen Daumenring für die, und, genau, jetzt brauchen wir erstmal Stein, äh, Stein soll es sein, äh, kauf wir für auch schon mal Stein Akkuet, ach, kann ich noch nicht, ich bin mit dem Aumen dafür, okay, genau, weil wenn wir nämlich in der Ritterzeit sind, können wir weitere Dorfzentren bauen, und das kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, wenn man jeweils ein Dorfzentrum braucht, um, ähm, von dem Fies eine Wirtschaft weiterzuentwickeln, so, jetzt soll er hier mal Erbauern wieder, aber meine Jungs hier, die klären das, und ich sehe gerade, ich habe Haufen Gold, ich habe Haufen Holz, das ist eigentlich nicht gut, ich sitze hier auf Haufen Ressourcen, aber, ihr merkt schon, so erklären, und nebenbei vernünftig spielen, ist ein bisschen schwierig, aber ich meine, es läuft ja vernünftig, also, wenn ich mir sie zahlen anschaue, brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, über den Orange nennen, und dementsprechend, genau, ist hier doch noch alles entspannt, so, ich habe jetzt auch Kartografie, heißt also, ich kann auch sehen, was mein Verbündeter hier macht, der hat ja auch schon einen Markt gebaut, 120 Einnahmen habe ich bei dem Markt, das ist sehr gut, dann schenke ich mal ein paar Leute dorthin, und hier mit den lustigen Leuten, kann ich erstmal ein Dorfzentrum bauen, aber, der hat ja auch schon ein zweites Dorfzentrum, oh, er will hier noch ein Dorfzentrum hinpflanzen, na gut, dann schenke ich mal meine Bogenschützen runter, die sollen das mal klären, und was ich jetzt mal hier bauen werde, erstmal, das ist, also, der kann hier eigentlich weiter kloppen, ich werde jetzt erstmal hier, noch zwei Waffenschläge hinpflanzen, weil ich dann nämlich bin, alles weiter zu kappen, den ich hier, den Dorfzentrum angreifen kann, so, hier können wir erstmal das Caravanapret kaufen, das ist sehr wichtig, ich würde übrigens auch empfehlen, meistens mehr als nur einen Markt zu machen, wenn man einen Handel etablieren möchte, ich würde aber auch nicht so sehr früh einen Handel empfehlen, normalerweise sagt man, so richtig Handel, betreibt man erst ab später Ritterzeit, früher in der Realzeit, weil bis dahin das Gold abernten effektiver ist, oder wenn man es halt, wie ich gerade macht, einfach dem Gegner seine Ressourcen wegklauen, das ist halt auch viel effizienter, als schon mal Handel einzuführen, weil man muss immer so sehen, das ist wie bei Bekehren mit einem Mönch, also Mönche sind halt auch sehr mächtig, weil die halt Gegner gut bekehren können, und man muss halt hier zum Beispiel dafür, es gibt halt nicht nur einen Counter gegen Einheiten, zum Beispiel Ritter hat Pekingier als Counter, hat Kamerhalter als Counter, hat aber auch Mönche als Counter, und das Schöne ist, wenn man halt Mönche schickt, dann fehlt nicht nur der Gegner eine Einheit, ups, die sind so noch dran, die Jungs, das ist nicht gut, dann fehlt nicht nur der Gegner eine Einheit, sondern man kriegt selber noch einen zweiten dazu, das heißt also, eine Einheit wegzubekehren, das ist für den Gegner nicht doppelt schmerzhaft, so, und ich muss aber erst mal ein paar neue Häuser bauen, hier oben sieht man es, linkt die ganze Zeit schon, ich bin gehaust, das ist nicht gut, kann ich mich keine neuen Einheiten ausbilden, so, genau, aber das dürfte ja ganz gut, mein Kollege hat ja auch schon ein Block angepflanzt, genau, das ist, ähm, Kassenblock, das Ganze, das ist, äh, gerade bei Noobs, also Beginnern ist das ziemlich stark, ähm, weil viele so auf dem schwachen Niveau keine guten Antworten dagegen haben, so, und jetzt ist hier, ups, sind ja meine Mann dabei, ich muss das durfte noch wegzuschießen, ich kann vielleicht eine Modalzeit hochgehen, kann ich eigentlich jetzt schon, ich hoffe ein bisschen, ähm, nee, quasi, ich brauche nur zwei Gebäude, erst mal in der, in der Burg, oder zwei Gebäude der Zeit, um noch zu steigen, ich habe zwar zwei Waffen, Schmieden, aber gilt nicht, weil ich zwei andere Spieche brauche, heißt, ich könnte zum Beispiel noch ein Kloster machen, mag ich jetzt auch mal, ein Kloster bauen, vielleicht vielleicht ein zweites Kloster, aber nicht, Reliebchen sammeln, Reliebchen sind diese Dinger hier, ich bringe ein Geld ein, man kennt es vielleicht noch von früher, genau, und eine Reliebchen ist ungefähr, so wertvoll, wie ein Dorfbewohner, der kontinuierlich, ähm, auf Gold ist, also, also, weil ich kann es nicht sagen, und wenn wir gleich genügend Ressourcen haben, nämlich 1000 Nahrung, und 800 Gold, und Gold haben wir ja genügend, dann können wir uns nämlich hochklicken, in die Imperialzeit, und das mache ich gerade, genau, ja, hier ist der Markt, der Markt ist ein globaler Markt, das heißt also auch, ähm, wenn ich hier Sachen verkaufe, werden diese Sachen günstiger, und wenn ich welche einkaufe, werden die teurer, also ganz klar, wie man es aus der echten Marktwirtschaft kennt, äh, Angebot und Nachfrage, ob es sind meine Bohnenschätze hier oben hin, ich habe mir nicht aufgepasst, genau, und das heißt also auch, wenn ich zum Beispiel am Anfang ganz, 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 ganz viel Holz verkaufe, und dadurch Haufen Gold bekomme, kriegt dann mein Verbündeten, äh, mein Gegner, oder auch die Verbündeten, die kriegen dann ganz, ganz wenig Gold dadurch, und das ist zum Beispiel, ich bin im 1 gegen 1 ziemlich mies, wenn man einen Markt baut, und dann, äh, sich einwollt, und viel Holz nahe verkauft, wenn man so viel Gold schnell bekommen kann, obwohl ich dazu sagen muss, gerade am Anfang braucht man nahe Holz, einfach um sich zu entwickeln, dass man mich die abwärts kaufen kann, so, aber jetzt hole ich mir erstmal die Beliebchen, die eine ist hier, die nächste schnappe ich mir, die ist hier, so, so, und was man hier auch sieht, die kriegen jetzt eine 2, die Bambus schützen, das sind sogenannte Kontrollgruppen, das können die mit Störung 2 machen, oder Störung 1, oder Störung und allgemeine Zahl zuweisen, hier greifen wir dann mal das TC an, genau, und so läuft dann so ein Spiel, und, äh, bei den KI muss man halt auch sagen, die sind an sich schon stark, also man könnte sich jetzt hier denken, ja, okay, ich hab die Krücken gerumpelt, klasse, aber, und das ist wichtig, ähm, die werden umso stärker, umso länger man sie boomen lässt, also wenn man die, eine halbe, dreiviertel Stunde sich entwickeln lässt, dann werden die schon stark, weil auf einmal fallen sie an, einen Haufen Einheiten zu sparen, und das kann richtig lästig sein, und, ähm, ja, das ist halt auch so eine Sache, was man achten muss, die KIs, man kann sie am Anfang gut überrumpeln, ähm, wobei das bei einem Resonance-Bot auch nicht mehr so einfach geht, ja, man kann Türme bauen, man kann Bogenschützen schicken und einen Archer Rush versuchen, ähm, aber, wir können sich dagegen wehren, also, es ist ja nicht so, als ob dann die KI vollkommen unfähig wäre, und sich dagegen nichts wehren könnte, aber auch gegen Männchen ist halt so eine Archer Rush eigentlich eine ziemlich gute Eröffnung, weil ich mein, ähm, meistens wird man es, äh, zwar so nicht deckt Gewinn, das Spiel, aber man kann halt wirtschaftlichen Schaden machen, um es einen Born zu töten, ist halt sehr effizient, wie jetzt gerade, das, ähm, wollte ich vorhin schon sagen, weil erstmal kostet es 50 Nahrung, um zu ersetzen, es dauert aber länger, den auszubilden, man hat am Anfang auch bloß einen Towncenter, und es dauert 28 Sekunden, bis er neuer draußen ist, und, ein Bauer kann etwa 20 bis 25 Nahrung einnehmen, die Minute, und kann zudem aber auch, ähm, etwa 20 bis 25 Holz einnehmen, das heißt, ein Bauer zahlt sich sehr schnell aus, denn nach 2, 3 Minuten, wird er so viele Ressourcen erwirtschaftet haben, dass er sich Silber, äh, quasi schon abbezahlt hat, und wenn man dann, ähm, zum Beispiel jetzt in der 34. Minute ankommt, des Spiels, dann sag ich's mal so, der Bauer, den man am Anfang hatte, der wird sich bis dahin, also schon, ähm, 20 bis 25 Mal, ähm, ausgezahlt gemacht haben, und deswegen ist halt ein Bauer ein doppelter Schaden, weil erstmal muss man den Bauern ersetzen, was ein wirtschaftlicher Schaden ist, und dann ist das TC-Idle, was nicht gut ist, beziehungsweise muss halt länger laufen, und dann fehlen dann halt auch noch Haufen Ressourcen, also, äh, wenn man drei Bauern killt, heißt das für den anderen, dass er innerhalb von 3 Minuten, ähm, irgendwas zwischen 50 und 70 Ressourcen auch noch, ähm, weiter verlieren wird, also das muss man halt auch noch betrachten, und, ähm, was man auch so sehr geniegt sieht, ist, dass halt, ähm, in der dunklen Zeit schon angegriffen wird, und die Endstream-Militärenheit ist dort der Meets-Soldat, und man tötet da meistens nicht viele Bauern mit, ähm, vielleicht auch gar keine, ähm, aber trotzdem machen das viele Prost auch, und die würden auch sagen, dass, ähm, man durchaus 2 oder 3 von denen verlieren kann, ohne selber, ähm, den Bauern umzubringen, weil da wird dann auch nicht nur geschaut, okay, so und so viele Bauern sind weg, okay, das hat sich jetzt ausgezahlt, sondern, man muss das nächste beachten, und das nächste ist an der Stelle dann, einfach Idle-Time, wenn man zum Beispiel ankommt, und dann, ähm, der andere seine Einheiten wegziehen muss, ähm, weil der andere mit 4 Minit-Soldaten ankommt, und dann muss er seine Wood-Line, ähm, aufgeben, weil er dort bloß 3 Bauern hat, und die sich nicht vernünftig färben können, ja, dann muss man erstmal ein neues Holzfeuerlage bauen, für 100 Holz, das ist erstmal ärgerlich, äh, und aber auch, ähm, hat man Idle-Time, ähm, also die Bauern müssen erstmal abgezogen werden, und wenn man halt, äh, schafft, dass jeder Bauer eine Minute Idle-Time hat, dann hat man eben auch, dem anderen einen Wirtschaftsschaden von 60 zugefügt, und der Militzsoldat, der kostet eben, ähm, 60 Nahrung, und 20 Gold, heißt also, man hat alleine schon durch die Idle-Time, äh, den Schaden verursacht, den 4 Militzsoldaten, äh, den 1 Militzsoldaten quasi kosten würde, also den, die, die Ressourcen, ähm, das kann ich übrigens auch, wenn ihr das Ganze aufwertet, die Kosten bleiben immer gleich, also wenn ihr zum Beispiel ein Champion ausbildet, oder Elitekämpfer halt im Deutschen, ähm, das ist genauso teuer wie ein Militzsoldat, ihr müsst halt bloß für die Upgrades zahlen, also hier zum, äh, Dings, äh, zum Schwertkämpfer sind das erstmal, wie viel, genau, 100 Nahrung, 40 Gold, hier waren es 65 Gold gewesen, 200 Nahrung, ja, also ihr zahlt bloß einmal fürs Upgrade, ihr zahlt dann nicht dafür, dass die Einheit besser ist, ähm, das heißt also auch Upgrades lohnt sich wirklich, ähm, weil wenn das jetzt wieder anders wäre, dass jetzt dann ein Militzsoldat 20 Gold kostet, in der Mittekämpfer kostet 80 Gold, dann wäre es hier wieder so, dass ich sagen würde, ja, okay, kann sich lohnen, muss sich nicht lohnen, aber die Upgrades lohnt sich halt auch, und kann auch die Schmiede Upgrades lohnen sich, obwohl ich gerade sehe, die Jungs haben überhaupt keine, ähm, Pflanzungs-Upgrades, aber das brauchen die auch nicht, theoretisch, ups, ähm, ja, also normalerweise brauchen die schon Pflanzungs-Upgrades, das wäre jetzt, äh, nicht die allgemeine Anzahl gewesen, äh, wenn die halt keine Gegner sind, beziehungsweise wenn die halt in so einer riesigen Überzahl sind, ähm, ich finde es jetzt, wenn jetzt ein Ritter ankommen würde, wahrscheinlich würde er gar nicht bei einem Einzelnen ankommen, weil so viele Bogenschütze einfach da sind, die ihre Kollegen retten, ähm, ähm, aber die Sache ist halt, der Angriff gilt halt für alle, wenn zehn schießen, und, äh, wenn bloß einer einsteht, dann würde das, bei der Teilnehmens-Upgrade, das auch bloß für einen nützen, deswegen, wie gesagt, also bei Bogenschützen erstmal Angriff, ähm, verbessern, und dann Panzerung und bei den Nahkampfeinheiten erstmal die Panzerung machen, aber natürlich sind beide Upgrades wichtig, also genau, soviel dazu, oh, dann hat man ein bisschen Build Order gesehen, hier boome ich gerade mit den Leuten, mache hier mehrere Kisses, hier kann auch Sachen in die Warteschleife einreihen, das finde ich auch ganz praktisch, mache ich eigentlich in jedem Spiel, genau, und sie kann halt, wie gesagt, in diesen Archer Rush sehr erfolgreichen Gegner rausnehmen, ich bin gerade bloß ein bisschen verwundert, dass er noch gar nicht aufgegeben hat, weil so wie das läuft, für den Orangenstein hier, ist das ein bisschen, verwunderlich für mich, wie ihr seht, sieht zwei meinen Kollegen nicht ganz so gut aus, aber ich werde ihm gleich zu Hilfe kommen, how is it going, buddy, ähm, ja, wie ihr seht, ich schreibe auch alles auf Englisch, also, ähm, geht davon aus, wenn ihr spielen wollt mit Leuten online, es werden nicht alles Deutsche sein, und dementsprechend müsst ihr auch, ein bisschen in der englischen Sprache fit sein, damit ihr mit denen kommunizieren könnt, aber hier sind auch Franzosen, Spanien, ja, was auch immer, ich finde das ganz interessant, weil ich gerne Sprachen lerne, und, ja, hier hat man alle möglichen Sprachen, also von daher, fange ich an, 410 konnte, ich habe jetzt schon 6000 Gold, das ist eigentlich schon lächerlich viel, ähm, muss ich nochmal setzen, abgibt, hier für die Holzfäller kaufen, genau, die 2 Mann Säge, glaube ich gerade noch, schicke jetzt hier noch 3 Mannen hin, achso, äh, bei Holzfällerlager auch wichtig, äh, wenn schon so viel abgeholzt ist, man glaubt es kaum, aber, dann lohnt es sich tatsächlich schon, ähm, einfach ein neues Holzfällerlager zu bauen, es ist zwar kein weiter Weg, aber es hat mal jemand durchgerechnet, also ab 3, 4 Feldern, ähm, lohnt sich, das logistisch gesehen, schon ein neues Holzfällerlager zu bauen, weil die kosten 100 Holz, also Kosten von einem Baum, und dieses Hin und Her laufen, kostet tatsächlich mehr an Ressourcen, ähm, als so ein neues, Lager einfach zu bauen, also das fand ich auch interessant, ähm, genau, und falls ihr euch auch informieren wollt, weiterhin über, ähm, interessante Sachen, was das Spiel betrifft, könnt ihr mal nach Spirit of the Law schauen, der hat viele Videos gemacht, alles auf Englisch, wo er halt, ähm, Zusammenhänge erklärt, ähm, wo er Sachen durchrechnet, wie teuer es dies, wie teuer es das, was bei Netten kann ich ihn noch schicken, und, ähm, Spirit of the Law ist halt eine sehr, sehr gute Ressource, was das betrifft, um im Spiel besser zu werden, äh, ähm, ja, für Gameplay könnt ihr euch mal Viveriver anschauen, der wird von vielen als der beste Spieler weltweit angesehen, ähm, genau, da könnt ihr viele Techniken lernen, was das Ressource betrifft, er macht hotelweise sehr, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal YOLO Sachen, die Only Lefons, ähm, weil, ähm, der auch so Sachen macht, ähm, Monch, ich muss das aus dem Wort bauen, äh, die als sehr gewagt sind, also zum Beispiel mit, mit spanischen Bauern, ähm, die haben, ähm, ein gewisses Upgrade, das heißt Überlegenheit, da sind die Leute stärker als normale Bauern, er läuft jetzt zum Beispiel eine Basis rein, und baut dann dort, etc., also er macht so, teilweise sehr verrückte Sachen, ein Lob, aber es ist weit, so, jetzt nehme ich erstmal mein Onaga, I feel flatterend, So, was ist hier los? Also, hier sind Mönche, okay. Genau. Jetzt kann sich gerade meine Burg hoch. In der Burg gibt es ein wichtiges Upgrade, was ganz unterschätzt wird, und zwar heißt das ganze Wehrpflicht, und zwar beschleunigt, dass eure Kasernen, Stelle, ähm, Schießanlagen um 33%, das heißt, ihr macht effektiv aus 6 Schießanlagen, äh, 8 Schießanlagen. Das ist schon ziemlich super mächtig, das Ausbilden mit Kieserfertigkeit, und was auch wohl ist, werden auch andere Fertigkeiten, in der Schmiede zwar glaube ich nicht, aber in der Universität und, ähm, im Schloss, werden auch schneller ausgebildet, also wenn ihr jetzt, ähm, Spezialtechnologien kaufen wollt, in der Burg, ups, äh, ich fuhre aus dem Universität, fange mir gerade ein, auch ein mächtiges, unterschätztes Gebäude, ähm, wenn ihr jetzt Sachen kauft, werden auch schnell ausgebildet, heißt also, es lohnt sich das immer zuerst zu machen, so, hier mache ich noch ein Belagungsunaga, ich will mich noch eine zweite Schmiede gebrauchen, fällt mir Wachner auf, ich glaube, und hier eine zweite Uni gebrauchen, ach, das soll erstmal reichen, genau, so, der Kollege hier, der wird in den nächsten Mal auch schon, gute Bogenschützen draußen, wie ihr sehen könnt, die haben halt mehr Lebenspunkte, die haben 48, man hat bloß 40, heißt also 20% mehr Lebenspunkte, macht auch schon was auch ist in vielen Fällen, also man denkt mal so, 10, 12, 15% was man im Bonus kriegt, das ist nicht so viel, ähm, und ja, man kann sehr ähnlich spielen, oder wird auch sehr ähnlich spielen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so Bogenschützenvölker hat, aber stellt euch mal vor, ähm, bei der Formel 1, dass da einer rumfährt, äh, und der hat ein Auto, was 10% schneller fahren kann, als dann die Gegner, also, ja, wenn man sich wenigstens das mal vor Augen hält, dann wird man sehen, dass das doch schon ziemlich Unterschied macht, jetzt bin ich aus dem Triebock aus, Triebock haben übrigens alle Zivilisationen, und dann spiele ich nicht überhaupt, okay, gegen Malayan, Malayan haben sehr günstige Elefanten, haben Belagungskanonung und haben sehr starke Bogenschützen, also wieder mit Bogenschützen, diesen Kanonen ankommen, und halt, äh, Elefanten, obwohl ich ja noch keine Elefanten gesehen habe, ist übrigens auch wichtig, immer sich, äh, ein bisschen damit auseinanderzusetzen, also ich gucke auch immer einen Tech-River hin, was, was haben die Leute, weil, ich zwar im Groben weiß, so nach 500 Spielen, okay, was, was haben die alles, was können die, wo sind die Stärken, ähm, äh, manchmal sind es auch so Sachen wie, hat der Zuchtauswahl das nicht, ähm, wo man überlegen muss, okay, macht es überhaupt Sinn, gewisse Einheiten zu machen, weil zum Beispiel das Upgrade von Lechter Kavallerie zum Husan ziemlich teuer ist, allerdings haben die bloß 75 Lebenspunkte, die haben 60 Lebenspunkte, haben also bloß 15 Lebenspunkte mehr, die restlichen Werte sind gleich, ja, äh, und wenn ich da keine Zuchtauswahl habe, ist halt die Frage, will ich mal Husan ausbilden, weil Lechter Kavallerie mit Zuchtauswahl ist stärker als Husan ohne Zuchtauswahl, und die Etiopie haben eben auch noch, ähm, das letzte Upgrade hier in der Schmiede, nicht für die Panzerung, heißt also, die haben bloß vier Durchschlagspanzer, hm, ist nicht so geil gegen Bogenschützen, heißt also für mich auch wiederum, ähm, ja, ich kann Husan machen, die sind auch nicht schlecht, also für das, was sie gut können, sind sie immer noch gut, zum Beispiel mal einen Onaga auszusniten, oder ähnliche Dinge, aber es ist halt auch noch die Frage, hm, den Etiopien finden zwar wichtige Upgrades, will ich jetzt mit Etiopien unbedingt Husan machen, oder will ich vielleicht doch lieber eigentlich mal auf Schießanlageeinheiten, Kaserne, und, ähm, Belagungswerkzeug setzen, das mache ich nämlich meistens, ich baue häufig keine Stille mit Etiopien, weil ich mir denke, die Kombination, Ampo, Schütze, Plänkler, helle Bade, und Belagungswerkzeug ist schon so mächtig, dass, ähm, ich auf diese Stellanetten verzichten kann, weil, wie gesagt, durch diese Zuchtauswahlgeld einfach fehlt, ein Upgrade kann man jetzt sagen, ein Upgrade fehlt bloß, aber durch dieses ein Upgrade, was fehlt, ähm, sind die halt schon doch im Kampf deutlich schlechter, und die kosten halt auch genauso viel, wie er bei anderen Völkern, also wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel, ähm, Spanier hätte, oder Perser, die sehr, sehr gute Kavallerie haben, ähm, oder Franken, wobei Franken haben die Zuchtauswahl auch nicht, ja, und arbeite dafür im Ziff-Bonus, dass die einfach, ähm, mehr Lebenspunkte haben, dann ist halt wieder so die Frage, ne, also will ich, will ich mit diesem Volk, äh, auf diese Strategie setzen, oder nicht, weil, ja, wenn ich halt, gegen, äh, Spanier jetzt hier kämpfen würde, die hätten würden, die genauso viel Gold kosten, aber dann halt deutlich stärker, und da ist halt die Frage, hm, will ich nicht auf andere Sachen gehen, will ich nicht über auf das gehen, was meine, ähm, Ziff besonders gut kann, und, ja, dementsprechend, ich mache mit Äthiopien häufig keine, äh, Stelle, aber es gibt noch andere Folger, das ist auch ähnlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel Koryana zeige, ups, ich habe jetzt hier geschaut, die haben auch Husan, aber keine Zuchtauswahl, und haben auch hier wieder das Problem, auch kein Plattenpanzer, bei denen fehlt auch der Schmelzofen, den Schmelzofen wiederum haben die Äthiopier, das heißt, den Krimus Rappreeds, an Schad 3, also wenn ich jetzt äthiopische, äh, Husan gegen koreanische schicken würde, dann, ähm, wäre das wieder eine Sache, wo man sich sagen könnte, okay, der Koreaner hat noch schlechtere Stellenheiten, dann kann ich ja mal auf ein paar Stellenheiten setzen im Spiel, und auch so sind jetzt nicht schlecht, also wie gesagt, um ein paar Plänkler wegzuhauen, oder einen Ohnager wegzuhauen, die haben ihre Verwendung, aber ob man das ausbilden möchte, ich glaube bei Gurten war es auch so gewesen, die haben auch keine Zuchtauswahl, und ich finde das immer so, achso, die haben Zuchtauswahl, Mensch, ich unterschätze ja die Gurten, gut, aber dafür können Gurten keine Steinwelle bauen, ist auch ein bisschen lustig, es gibt meiner Meinung nach, bloß zwei, äh, zwei Völkler, die es nicht können, und zwar sind es zum einen die Gurten, und zum anderen die Coman, hier gibt es aber erst eine Definitive Edition, und, ja, also auf vielen Karten stört es jetzt nicht, wenn es eine offene Karte ist, wo man bloß Palisaden baut, okay, bei Coman haben wenigstens dann die Palisaden auch mal Lebenspunkte, aber, ja, auf vielen Karten ist es halt auch sehr benachteilig, man muss immer schauen, was, wie benachteilig das ist für einen jeweils auf der Karte, und halt auch mal schauen, was kann die Sith, was kann sie nicht, und ich will hier halt nur auf Stärken und Schwächen schauen, naja, der macht hier weiter, da hat man übrigens, dass es eine Original-KI ist, die Original-KI baut immer diese tollen Welle, die auch manchmal ziemlich, äh, nutzvoll sind, aber, ja, ich sag mal so, die Original-KI spielt nicht auf dem Niveau, wie die 9-KI spielen, aber wie ihr auch gerade gesehen habt, ähm, diese Mangel hier, hatte kein Upgrade, war kein Belahmungsundergang, war auch kein normaler Unergang gewesen, bloß eine Mangel, und hier hat man jednermäßige Einheiten, die hat jednermäßige Armbalisten-Schützen, die haben mehr Lebenspunkte, die haben auch schon Panzerraum, und trotzdem konnte diese Mangel vier von diesen Bogenschützen rausnehmen, also das ist so, ein Fall, wo man einfach ganz klar sieht, okay, ähm, dass diese Einheit sehr stark ist, gegen, gegen Bogenschütze-Einheiten eben, genau, hier kommen jetzt meine Unergang, die machen richtig schönen Schaden, weil sie tollste Unz-Geschütze haben, boah, kann ich mal ein bisschen weiterentwickeln, fällt gerade mal auf, dass ich immer noch kein Upgrades hier habe, in der Spreter für die ganzen, Infanterie-Einheiten, ja, also ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt nicht so mit Reden beschäftigt wäre, und, ähm, man einfach mal sieht, wie viele Sachen hier zu tun sind, und wenn man gerade Träger gegen Kreis spielt, und, an einer Seite fällt es ein, man muss Leute zur Unterstützung schicken, ähm, es kann schon ziemlich stressig werden, und, ähm, ja, ich habe jetzt auch vergessen, abgezugs zu kaufen in der Schmiede, einfach weil ich geredet hatte, das kann eben auch passieren, wenn man gerade im Eifer des Gefechts ist, dass man viele Sachen vergisst, und deswegen muss man so ein bisschen kühlen Kopf behalten, als tatsächlich ist hier Age of Empires Spielen auch eine Frage von Psychologie, wenn man sich jetzt so Wurre machen lässt, durch Angriffe, oder dieses ganze Gebimme immer, es gibt dann immer diese Notification, wenn man angegriffen wurde, dann, ups, ist es halt ein bisschen schwierig, also hier muss man durch, durchaus seinen kühlen Kopf behalten, wenn man hier, seine Nerven verliert, und nervös wird, dann, dann, hat man eigentlich allein schon dadurch fast verloren, ups, und, das ist gerade, das ist gerade, ähm, das ist dann das Beispiel gewesen, äh, die meisten Einheiten kennen keinen Friendly Fire, also man kann auch mit Trebocken, zum Beispiel irgendwo reinschießen, wie die eigenen Meisten, das bringt überhaupt nichts, also es killt die Einheiten überhaupt nicht, aber Belangungskanonen und Belangungskanonen, die sind ein bisschen anders, die kennen nämlich Friendly Fire, also die machen Kanonische zwischen Freund und Feind, und mit einem anderen Unagern kann man auch mal seine Eigenheiten wegschießen, und es ist manchmal ziemlich schmerzhaft, gerade wenn man hier auf, auf Auto-Modus ernst geschaltet hat, und, ähm, so ein äthiopischer Unagern, ich kann da noch mal zeigen, der hat natürlich krasse Extrusionsradius, und ich kann da mal zeigen, wie viel Holz der auf einmal wegschießen kann, klapp, also wer dort gestanden hat, und nicht mehr als 40 Lebenspunkte hat, der wäre wahrscheinlich weg gewesen, ja, und das kann dann schon ziemlich schmerzhaft werden, achso, ja auch interessant, der Kollege repariert seine Rahmen an der Front, das kann man im Dorfboden auch machen, weil es beim Belangungswerkzeug repariert, sieht man nicht immer, aber sieht man öfters mal, und kann auch ziemlich gut sein, so, ich gehe jetzt mal mit dem Belangungswerkzeug an der Front, jawoll, ja, dann haben wir das erst mal gezeigt, und ich denke so, jetzt eine ungefähre Vorstellung von den beiden Spielen, also von der D-Version, den ganzen Upgrades, was für Einheitenchippen gibt, und, ja, also wenn ihr es gesehen habt, wenn ihr so dieses Bild-Oder drauf habt, normalerweise sagt man so, die ersten 6, 7, ähm, Bauern gehen auf Schafe, dann erstmal ein paar Leute auf Holz schicken, dann, ähm, machen wir erstmal Webstuhl, dann lückt man die einzelnen Schweinchen an, dann killt man die Schweine, ähm, genau, Kaserne bauen, später Schießanlagen an die Front bauen, was ich hier gemacht hatte, dann ein bisschen Tower Rush machen, oder Archer Rush machen, also wenn, wenn ihr das so drauf habt, so diese, diese grundlegenden, ähm, Mechanics, was das betrifft, ähm, dann könnt ihr eigentlich schon ziemlich vernünftig spielen, also ich würde sagen, bei dem, was ich hier alles gezeigt habe in diesem Video, wenn ihr das drauf habt, und das gut umsetzen könnt, so, jetzt ist es nicht mehr auf die Glocke, dann seid ihr wahrscheinlich schon in der HD-Version, so, irgendwas Elo-mäßig, zwischen 1400 und 1500, also, es ist tatsächlich so, weil er seine Hausaufgaben macht, und weiß, wie das Spiel funktioniert, und, sich informiert hat, und diese, ähm, Build Order auch wirklich drauf hat, also die aus dem Schlaf beherrscht, der ist eigentlich schon so, im mittleren Segment unterwegs, und das Rest ist dann halt dann wirklich auch, einfach Ideenfinder, ähm, mit welchen Einheiten greife ich an, auf welche Einheiten Konditionen setze ich, was zum Beispiel sehr häufig sehen wird, ist, äh, die Kombination, ähm, Hellebadie und Belahrungsunerga, einfach aus dem Grund, dass es sehr gut funktioniert, weil, Belahrungsunerga kann man sehr gut wegschnipen, mit, ähm, Cavalari, die reitet rein, und geht, äh, so an den Unerga rein, dass er nicht mehr schießen kann, auf das Ziel, genau, ich habe da GG geschrieben, das ist ein guter Game, dann schreibe ich eben noch, Well played, but it was sure fun, genau, weil nämlich, Cavalari ist ziemlich gut gegen so eine Art von Belahrungswerkzeug, und, Hellebadie sind halt gut gegen Kavallerie, und gegen Hellebadie sind aber auch Belahrungsunerga stark, ähm, ja Quatsch, gegen Hellebadie sind Bogenschützen stark, aber die Belahrungsunerga können die Bogenschützen wegschießen, heißt also, ähm, die countern gegenseitig die Counter, die sie haben, also die Counter vom anderen Counterpart, den die haben, und deswegen sind immer diese Kombination Hellebadie und Belahrungsunerga so super häufig, weil die auch funktioniert, ja, und, ähm, es ist halt wie bei allen Dingen, was die Menschen machen, ähm, die Menschen werden gucken, okay, die Technik gibt's, und die Technik gibt's, und dann kann jeder seinen eigenen Stil finden, und auf seine eigene Art und Weise spielen, und da es ja auch so viele Völker gibt, und so viele Einheitentypen, ähm, und unterschiedliche Karten gibt's auch sehr, sehr viele unterschiedliche Spielstile, und auch, ähm, Leute, die sehr, sehr unterschiedlich ans Spiel rangehen, also manche zum Beispiel sind ein bisschen assi, die kommen an, und klauen dann Ressourcen, also sie klauen dann Schafe, und klauen dann sogar Eber, oder wollen irgendwelche, ähm, Bären und sowas ein, das ist natürlich dann scheiße, weil man sich selber nicht entwickeln kann, das sind sogenannte Lehme, also das sind dann Leute, die kommen hier an, und bauen erstmal so fleißig einen Zaun drum, ähm, ja, aber ich hab hier auch schon alles mögliche gesehen, Leute, die einzelne Bauern einsnicken, um dann zum Beispiel zwischen zwei Verbündeten einen Wald zu bauen, dass sie keinen Handel betreiben können, also all solche Sachen, und, ähm, ja, das ist schon ziemlich abgefahren, was man hier sieht, also es gibt grundsätzlich jetzt nicht so exakt, extrem viele unterschiedliche Taktiken, sag ich jetzt mal, aber man kann das ja auch miteinander kombinieren, also wie ich zum Beispiel hier auch einen Tower Rush mit einem Archer Rush kombiniert hab, und, äh, wenn man halt einfach mal sieht, wie viele Einheiten-Typen es gibt, und, ähm, dass man auch nicht immer Einheiten mit Einheiten counteren kann, weil entweder viele Schmiede-Upgrades, oder Zuchtausweifel, oder was auch immer, ähm, oder man hat einfach die Einheit nicht, also zum Beispiel diese Adlerspeer, das sind dann bloß die Indianervölker, Azteken, Maya, äh, Inka, die haben keinen Stall, aber dafür haben sie die Viecher, und, ähm, ja, wenn also der Gegner mit Adlerspeeren, oder dann Elite-Adler-Kirchen ankommt, kann man keine Einheiten dagegen schicken, weil es die eigene Zivilisation wahrscheinlich nicht hat, da muss man halt was anderes finden, zum Beispiel Ritter kann man dagegen schicken, genau, also, ein sehr, sehr komplexes Spiel, man kann es auch in einer Stunde nicht so einfach erklären, aber ich denke, man kann es so umreißen, so ungefähr das Spielprinzip, und wenn man halt nach Bildordern schaut, und so ein bisschen die Bildordner einstudiert, und weiß, womit kann man was counteren, dann kommt man schon ziemlich weit in den Nusspielen, ähm, pretty nice, but still recording, um, please give me another 3 min, es gibt an mir so ein Mocking-Steam, okay, dann gebe ich ihm einen zurück, genau, genau, ja, also, ein sehr komplexes Spiel, und auch ein Spiel, ähm, was auch bis zum Ende nicht langweilig wird, denn wenn wir jetzt mal reinschauen in diesen Technologiebaum, sieht man, was ich alles gekauft habe, was ich nicht gekauft habe, ich habe zum Beispiel keine Plänkler gehabt, das war aber bloß daran, dass ich einfach so viel Gold hatte, ähm, wäre jetzt der Gegner mit Riesenmengen an Bogenschützen angekommen, hätte ich vielleicht auch Plänkler gemacht, einfach weil Plänkler gegen Bogenschützen viel effizienter sind, die haben nämlich nicht nur Angriffsbonus gegen Bogenschützen, sondern, die haben auch noch einen Führer- und Bruchstärkspanzer von 4, und wenn die Durchschnittspanzer haben von 4 plus 4, ähm, und damit ein Bogen, also ein Apalestenschützer mit von Ampkits plus, ähm, 10 Schaden, äh, 2 Schaden macht, also 10 minus 8 macht 2, ähm, kann man sich halt vorstellen, dass die halt schon deutlich effizienter sind, denn Plänkler würde jetzt wie viel Schaden machen, einmal mal durchrechnen, äh, 3 plus 4 Angriff, minus 4 Durchschnittspanzer, macht 3 Grundschaden, und dann noch Bonusschaden, 3 oder 4 Punkte waren es gewesen, also wenn man dann schon einen Schaden macht von 7 oder 8, sowas in die Richtung, anstatt von 2, das macht natürlich schon einen Unterschied, ähm, aber ich denke mal, bei den ganzen Belaugungsuntergang, die ich ja hatte, kann ich auf Plänkler sowieso verzichten, ähm, aber gut, das ist halt schwer erst geschützt, das muss halt auch erstmal haben, und wenn man 1 gegen 1 spielt, und sehr wenig Rohstoffe auf der Karte sind, ähm, also diese Belaugungsuntergang kosten halt 235 Gold, ich habe jetzt sehr, sehr viel Gold, weil ich halt auch viel Handel betrieben habe, und vom Gegner geklaut habe, ähm, ja, aber so ein einzelnes Spiel, sag ich jetzt mal, 135 Gold, ist schon relativ viel, also wenn man da 5 von denen macht, das ist schon, eine größere Investition, sag ich jetzt, das sind ja schon fast 700 Gold, 675, irgendwas in die Richtung ist das dann, das ist schon eine Menge, genau, ja, was hat man gesehen, was man nicht machen darf, oder man aufpassen muss, ich war immer einfach gepopkept, das heißt einfach, dass, ähm, ich nicht gewögend Wohnraum hatte, für meine Dorfbewohner, ähm, das sollte eigentlich nicht passieren, da muss man aufpassen, ähm, aber so einen groben, Meretic Seas bauen, hier boom, die Farben machen, Handel etablieren, also ich denke mal, man konnte aus diesem Spiel schon einiges mitnehmen, finde ich, das war schon gut gespielt gewesen, und wenn ich jetzt über 5 Minuten schaue, ähm, ja, okay, er hat jetzt hier genau 2 Schmieden, hier den Handelsweg reingebaut, das ist natürlich auch nicht so ganz ideal, aber er hat schon ganz so jede gespielt, und wenn ich so sehe, ähm, hier hat er auch eine Borken gepflanzt, ups, die ist gar nicht mehr da, achso, ne, hier hat er eine Borken gepflanzt, das war schon nicht schlecht gewesen, zumal der Computergegner ist meistens ziemlich dumm, die rennen, voll in die Borken rein, und greifen mit Borgenschützen, oder, äh, Mann, etc., greifen dann die Borken an, und man kann sich vielleicht vorstellen, äh, ja, besonders Borgenschützen gegen eine Bork schicken, ist vielleicht nicht so super krass schlau, ja, weil wenn man einen Schaden macht von 1 gegen ein Gebäude mit 4.800 Lebenspunkten, und, das Gebäude verschießt normalerweise 4 Felsalzen, jetzt 5, weil er Leute einportiert hat, sieht man diese Flagge übrigens, ja, man könnte sich vorstellen, dass die Borgenschützen leicht den Kürzer ziehen gegen die Bork, und da die alle 45 Gold kosten, sind die schon ziemlich teuer, und, ja, eben auch viele Karten, da hat man halt nicht bloß diese paar Goldfelder hier, und wenn man halt dann, äh, 8 oder 10 Goldfelder hat, und die bringen jeweils 800 Gold, 1.000 ist 8.000 Gold, äh, das ist schon begrenzt, weil man muss überlegen, Ritterzeit kostet 200 Gold, Imperialzeit 800, zusammen schon mal 1.000, dann, die ganzen Entwicklungen, äh, kosten nochmal Gold, äh, in der Schmiede ab da, Ritterzeit kostet auch jedes Upgrade Gold, ähm, bis dahin ist ja bloß so, in der Fritterzeit kostet ja bloß die Befriedung Gold, Rest kostet bloß Nahrung, oder halt beim Sparen als einzelnes Volk, kostet halt sowieso alles bloß Nahrung, aber hier ist es dann auch nochmal, hier mal 120 Gold, dann hier mal 200 Gold, äh, Ballistik entwickeln, auch wichtig eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe, wahrscheinlich nicht so viel mit Reden beschäftigt, ja, Ballistik ist auch sehr wichtig, äh, kostet alles sehr viel Gold, ne, und wenn man schon mal sieht, was die ganzen Upgrades kosten, ich würde mal schätzen, die Schmiede Upgrades alleine kosten schon 600, 700, 800 Gold, äh, ja, wenn man dann 8.000 Gold hat für ein ganzes Spiel, ist schon überschaubar viel, sag ich jetzt mal, achso, Ballistik ist übrigens wichtig, ähm, für sich bewegende Ziele, weil, ähm, zum Beispiel die Bogenschützen dorthin schießen werden, wo die Einheit gerade steht, aber wenn die sich fortbewegt, heißt das, dass die Pfeile dort einschlagen werden, ähm, wo die, äh, gestanden hat, aber nicht mehr, wo sie stehen wird, deswegen ist das auch so wichtig, ähm, eigentlich auch ein wichtigerer Upgrade, als das, was ich jetzt nächstes zeigen werde, ähm, weil Ballistik gilt auch für Dorfzentren, Burgen, Galären, und Spezialinheiten, wie ihr sehen könnt, also, Beritten und Bogenschützen, etc., und das nächste ist dann, das habe ich hoffentlich gekauft, genauer Daumenring, äh, man sieht übrigens, was man gekauft hat, was nicht, ähm, das ist hellblau, das ist dunkelblau, das, was immer dunkler ist, so ein bisschen ausgekauft ist, das ist das, was man noch nicht gekauft hat, und das, was man gekauft hat, das wollte ich auch vorhin schon zeigen, hier gibt es so viele Upgrades, und, ähm, da ich nicht auf Wasser gekämpft habe, ich habe zum Beispiel alle, alle Hafen-Upgrades nicht gekauft, habe hier keine Upgrades für die Mönche gekauft, weil ich es einfach nicht gebraucht habe, ähm, also man kann wirklich noch ein bisschen spätes Spiel-Upgrades kaufen, also es wird nicht langweilig, das Spiel, genau, und, ähm, ja, hier ist noch Daumenring, das wollte ich gerade erklären, Daumenring, äh, heißt, Bogenschützen schießen 100% Treffsicherheit und schneller, heißt also, die teilen auch mal Schaden aus in der gleichen Zeit, aber, das Wichtige ist hier, äh, die schießen zwar nicht mehr daneben, aber wenn die auf zum Beispiel eine Kavalerie schießen, die entfernt ist, und die reitet nicht direkt auf einen zu, sondern die reitet irgendwo an einem Bogen, also sagen wir jetzt mal, ähm, wir haben hier unseren Bogenschützen, zack, und hier kommt ein Pferd lang geritten, mit Ballistik würden sie das Pferd treffen, auch ohne Daumenring, die würden das vielleicht manchmal daneben schießen, meistens aber nicht, wenn man jetzt aber einen Daumenring hat, und man hat die Ballistik nicht, dann die immer mit voller Präzision dorthin schießen, wo die anderen gerade gestanden hatte, was also heißt, mit 100% Treffsicherheit trifft man nicht, und wenn man den Daumenring nicht hat, kann es nämlich sogar sein, dass man mehr Treffer landet, ähm, deswegen ist es immer so eine Sache, ähm, Daumenring ist gut, aber so richtig gut wird es erst dann, wenn man auch Ballistik gekauft hat, für die Bogenschützen, weil dann treffen sie auch wirklich, dann treffen sie mit 100%iger Sicherheit ein Ziel, und zielen auch auf die richtige Stelle, weil die Bogenschützen dann, wenn das Pferd hier ist, nämlich nicht dorthin schießen, sondern dorthin schießen, und wenn das Pferd dort rein reitet, zack, kriegt es auch den Pfeil ab, genau, alles so Sachen, die man so wissen müsste, ähm, damit mir 5 die starten kann, und ja, hier sind meine Schorddelkrieger, meine Spezialeinheit, die haben zwar jetzt keinen besonderen Ankaufsbonus, hat ja mal einen sehr hohen, ähm, Schaden, den sie verursachen, jetzt von 18 in der Amperalzeit, sind aber auch eine der stärksten Einheiten, die man an sich haben kann, ich glaube, bloß die persischen Kriegselefanten, und ein paar andere wenige Ausnahmen, äh, sind noch stärker als die, sind aber in der Ritterzeit noch mächtiger, weil, ähm, achso, jetzt ist mir ja 18, 18, das ist so ein bisschen ein Bug, ähm, ich kriege jetzt, wenn ich, äh, auf die Ritterzeit schaue, auf die Schorddelkrieger, kriege ich, ähm, die Werte der Elite Schorddelkrieger angezeigt, weil ich das Abkredit bereits gekauft habe, normalerweise müsste jetzt eigentlich hier stehen, Angriff 16, und, die einen Angriff haben von 16 in der Ritterzeit, sind ja auch in der Ritterzeit, soweit ich weiß, ganz unangefochten, äh, die stärkste Nahkampfeinheit, und man kann halt mit denen super gut raiden, was man sonst auch mit Tosan sehr gerne macht, oder leichter Kavallerie, ähm, genau, dass man halt einfällt, und schnell Gebäude zerstört, oder dort vorne umbringt, ja, sind sogar stärker als die Kriegselefanten in der, ähm, Witterzeit, zumindest was den Angriff betrifft, und sind halt sehr schnell, also die Jungs kann man mir die Karte schicken, genau, dann wäre auch das gesagt, und, ja, lassen wir mal kurz zusammenfassen, immer schön die Bildorder beachten, Leute ausbilden, gegen KI ist es sehr, sehr empfehlenswert, gerade gegen extremer KI, früh vorzugehen, weil, wie gesagt, wenn ihr die, ähm, erstmal maxen lasst, ich sag mal so, äh, zwei KI auf extrem, kann ich hinbekommen, gerade auf Black Forest, wenn die Karte zu ist, dann kann ich eine Seite abholen, ähm, überfall die eine Seite, und vor dann direkt dahinter auch noch zu, dass der Gegner mich nicht angreifen kann, und ich ein bisschen Zeit habe, um meine Wirtschaft zu erholen, ähm, gegen zwei KIs kann ich gewinnen, auf diese Art und Weise, auf Black Forest, vielleicht lade ich das auch mal wieder, mit dem Tor, wo ich das versuche, warum nicht, falls jemand interessiert, ähm, ja, aber falls, ähm, sag mal, falls, äh, ich die aber erstmal boomen lasse, und die haben auch schon Handel, und haben einen Haufen Einheiten, äh, also wenn ich, wenn ich, wenn ich Welle baue, und 30, 40 Minuten die boomen lasse, bis die richtig ein Militär aufbauen, würde ich sagen, habe ich gegen zwei KIs auf extrem, so gut wie keine Chance mehr, aber ich denke, dann wird es auch für Pro-Spieler schwierig, also wenn man sich sowas anschaut, wie Weiber, ähm, ich glaube, der Rekord von Weiber war, gegen vier extreme KIs zu gewinnen, und das ist glaube ich auch Weltrekord, oder gegen fünf KIs auf extrem zu gewinnen, der macht das aber auch so, dass er frühzeitig Einheiten ausbildet, nimmt dann zum Beispiel Maya, gerne Maya mal diesen Wirtschaftsbonus, das Rohstoffe länger halten, ähm, man kann das hier alles nachlesen, genau, ähm, Schützen kosten weniger, Rohstoffe halten länger, heißt 800 Gold, sind bei Maya nur nur 20 Gold, also man kriegt einfach mehr, das heißt 5% halten die länger, und er hat es halt so gemacht, dass er einfach die überfallen hat, so frühmöglich wie es ging, und, ja, so hat er es gewonnen gehabt, ich glaube, wenn er die hätte boomen lassen, also wenn er gesagt hätte, nö, ich walle mich jetzt hier schön ein, und dann warte ich erstmal, eine halbe Stunde, und eine halbe Stunde kann ich angreifen, glaube ich nicht, dass er das gewonnen hätte, und er ist halt der wahrscheinlich beste Spieler auf der Welt, obwohl man da auch umdiskutieren kann, allerdings muss man auch dazu sagen, auch richtig gute Spieler wie, ähm, T90, etc., die haben auch bloß Gewinnraten von 50%, warum das? Weil es andere Spieler gibt, die ähnlich gut sind, oder genauso gut sind, die auch mit zufälligen Zivilisationen spielen, und, ja, das kann so oder so laufen, also auch Leute wie Vipa, die gewinnen nicht jedes Spiel, und ich habe auch, ähm, vorhin mit einem Freund gespielt, gegen drei KIs auf Extrem, haben wir auch verloren gehabt, manchmal gewinnen wir das, manchmal verlieren wir das, ähm, wer immer gewinnt, oder eine Gewinnrate hat, von über 80, 90%, ähm, ja, dann macht man sich zu einfach, dann ist man zu sehr an der Komfortzone, und spielt gegen schwache Gegner, also, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man 50% der Spiele gewinnt, das ist eigentlich am besten, weil, da ist es nicht zu frustrieren, dass man keine Lust mehr hat zu spielen, wenn man bloß gegen Leute spielt, die richtig, richtig gut sind, und dann verliert man jedes Spiel, das macht ja auch keinen Spaß, ähm, aber wenn man so gegen Leute spielt, wo man mal ein Spiel gewinnt, mal ein Spiel verliert, das ist eigentlich sowieso das Beste, weil, das ist eigentlich so die Zone, wo man am meisten noch lernt, wenn man gegen Leute spielt, die gleich gut sind, weil dann hat man auch so, dieses Bedürfnis, okay, den anderen besiege ich jetzt, das letzte Spiel hat er gewonnen, jetzt gewinne ich diesmal, und, äh, ja, in diesem Bereich möchte man sich auch aufhalten, wenn man besser werden möchte, dass man so, eine 50%, äh, eine 50% Gewinnchance hat, weil, ähm, dort ist meiner Meinung nach zumindest so der Bereich, wo man sich am meisten verbessert, und wo auch die Spieler am meisten Spaß machen, weil ich meine, ich bin jetzt gegen einen Supernode spielen, den noch keine Build-Oder drauf hat, toll, den ziehe ich voll ab, der ist noch in dunklen Zeit, ich komme mit meinen Bogenschützen an, und ich schieße ihm alles weg, ja, Spitze, toll, voll überrumpelt, den Kerl, aber, bringt mir natürlich nichts, lernt das Neues daraus, macht mein eigenes Gameplay nicht besser, und, ja, ist, genau, der, mein Kollege drängelt schon, er wollte noch mit mir quatschen, einmal, genau, ähm, ja, und, gut, wenn ich mich jetzt noch 10.000 Mal wiederhole, ähm, ich wollte euch sonst mal anders spielen, wie ich das gemacht habe, auch wenn ein paar kleine Fehlern im Spielsturm gewesen sind, aber ich meine, ich habe ja gewonnen im Endeffekt, also das ist das Wichtigste, ich höre euch an, wie ich denn, wie ich die Basis aufgebaut habe, wie ich die Ressourcen abgeahndet habe, wie ich da angegriffen habe, wie ich die Kaserne ausgebaut habe, da meine Einheiten nach vorne geschickt habe, die Türme gebaut habe, also, wenn ihr das alles drauf habt, was ich jetzt gezeigt habe in dem Video, dann seid ihr schon ziemlich stabil unterwegs, und, ja, der Rest ist halt Erfahrung, also, klar, man kann ja erstmal lernen, ja, der ist gegen denen gut, der ist gegen denen gut, hm, Champions sind sowieso gut, da kann man Helipadiere und Plenkler und auch noch Hussanen mitschlagen, und gegen so viele andere Menschen sind ja auch gut, also, man kann das alles theoretisch lernen, aber für die ist es auch einfach eine Erfahrungssache, und, ähm, dementsprechend hoffe ich jetzt, dass das Video ansprechend gewesen ist, es Spaßmacher zuzuschauen, dass ihr was daraus mitnehmen konntet, was gelernt habt, und, genau, dann kauft euch eins von den beiden Spielen, HD-Version, Definitive Edition, oder vielleicht auch beide, falls ihr Lust habt auf beides, und spiele einfach mal ein paar Runden, und, ja, damit ich hoffe, dass ihr damit auch gut zurecht kommt, mit dieser Einführung, und, falls ihr auf Steam-Seiten-Mann-Runde spielen wollt, ähm, könnt ihr mich auch gerne anschreiben, dann können wir das gerne arrangieren, ja, und dann würde ich mich freuen, über Kommentare auf YouTube, über Kommentare auf Steam, und falls wir uns mal wiedersehen, in einem weiteren Video, genau, gut, haltet die Ohren steif, vielen Dank fürs Zusehen, und dann, bis demnächst hoffentlich, bis demnächst hoffentlich.